Ich habe es schon mal angemacht. Heute Abend an Sie hier bei uns im Saal. Wundervoll, also so voll war es in Corona-Zeiten und während dem Lockdown schon zweimal nicht. Freut mich, dass Sie alle hier sind. Auch zu Ihnen an den Bildschirmen zu Hause ein herzliches Willkommen. Heute, wie versprochen, wir haben ja gesagt, wir haben eine wunderbare sozialpolitische Troika für Sie vorbereitet. Und zu einer Troika gehören natürlich drei Termine. Sie hatten vielleicht schon das Vergnügen mit Klasse und Kampf, Christian Baron und Francis Seeg. Und dann Anna Mayer, die Elenden. Wir freuen uns sehr, dass wir zufällig in Wahlkampfzeiten ein etwas anderes sozialkritisches, sozialpolitisches Kulturprogramm präsentieren können. Wie immer mit Freude mit Kooperationspartnern, nämlich dem DGB und der GEW, die das ganz spannend fanden, dass wir eben nicht nur in dem Sinne den Wahlkampf begleiten, sondern auch kulturell auf etwas aufmerksam machen, was im Prinzip spätestens seit 2012 ein wichtiges Thema ist. Seitdem hat unser Gast, unsere Referentin heute nämlich schon dazu die Augen geöffnet und analysiert. Selbstbetrug der Mittelklasse, des Mittelstandes ist ein Thema, das sie bewegt. Denn ihres Zeichens ist sie Wirtschaftsjournalistin, gelernte Bankkauffrau. An der FU in Berlin hat sie Geschichte und Philosophie studiert. Kommt selbst aus einer Hamburger, wie sie sagt, Hamburger Mittelschicht. Eben die Mittelschicht, die immer an den sozialen Aufstieg geglaubt hat, die fleißigen Hanseaten. Man muss nur, Arbeit lohnt sich, man muss nur sich genügend anstrengen, dann kann man auch zu denen da oben gehören. Und soziale Ungleichheit hat sich ja eher seit ihrer ersten Ausarbeitung von Selbstbetrug der Mittelschicht 2012, dann, Sie wissen ja noch, dann kam Occupy Wall Street und andere Dinge, aber es hat alles nichts geholfen. Sie hat auch weitere Bücher zu solchen Themen geschrieben, unter anderem Kein Kapitalismus ist auch keine Lösung 2016. Dann, da war sie das letzte Mal hier, Deutschland, ein Wirtschaftsmärchen, wo sich unsere Referentin Ulrike Herrmann eben auch dadurch ausgezeichnet hat, dass sie, ja, nicht Märchen erzählt, sondern sie geht den historischen Wirtschaftsmythen unseres Landes nicht auf den Leim, sondern nach und stellt eben dar, dass eben auch nicht alles immer so ganz eine Aufstiegsgeschichte ist, wie es immer erzählt wird. Ich freue mich, dass wir eine solche, eine solche sozialkritische Journalistin und Analystin hier haben. Werden Sie gern früher hier gehabt, schon zu Election Night wäre sie vorbeigekommen. Ich habe mich sehr über Ihre Zusage gefreut, da hätte sie ein bisschen über Wirtschaftspolitik, die transatlantischen Verhältnisse, USA, Deutschland diskutieren können. Das musste ja alles ausfallen. Jetzt ist sie aber heute mal wieder hier bei uns zu Gast mit Selbstbetrug der Mittelschicht und wir dürfen gespannt sein, wie sehr wir uns in dem Sinne selbst betrügen, falls wir tatsächlich zu dieser Mittelschicht gehören, noch gehören, vielleicht auch bald nicht mehr gehören werden, weil wir, ich wünsche es Ihnen natürlich, allen aufsteigen. In diesem Sinne herzlich willkommen Ulrike Herrmann. Danach gibt es natürlich auch wieder Debatte. Auch Sie an den Bildschirmen können mit debattieren im Chat. Ihre Fragen werden dann auch in die Diskussion mit aufgenommen und ich wünsche uns jetzt viel Vergnügen. Herzlich willkommen Ulrike Herrmann. Vielen Dank, dass ich eingeladen wurde. Ich soll ja hier sowohl über Corona sprechen, wie über den Selbstbetrug der Mittelschicht. Das sind beides riesige Themen. Ich nehme an, dass Sie hinterher dann denken, dass einiges fehlt. Deswegen hoffe ich, und da möchte ich Sie jetzt schon unbedingt ermuntern, dass Sie alle Fragen stellen, auch wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihre Frage vielleicht überhaupt nichts mit dem Vortrag zu tun hatte, fragen Sie trotzdem. Sie kennen ja den Spruch, es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten. Also Sie können wirklich ungehemmt alles fragen, was Sie schon immer mal wissen wollten. Bevor ich überhaupt loslege noch was, weil wir sind ja jetzt gerade im Wahlkampf und deswegen finde ich es wichtig, dass wir wissen, dass ich Parteimitglied der Grünen bin. Das spielt zwar für meinen Vortrag gar keine Rolle und Sie werden auch feststellen, dass die Grünen bei mir gar nicht gut wegkommen, aber trotzdem, das ist ja ein Gebot der Transparenz, irgendwie fünf Tage vor der Wahl das zu sagen. Und ach so, ich muss hier immer solche Sachen lutschen, weil meine Kehle so ein bisschen angelädiert ist und ich es sonst nicht durchhalte bei so einem Vortrag. Wir fangen auch mit der Wahl an, weil das direkt in mein Thema mit dem Selbstbetrug der Mittelschicht führt. Denn es gibt ja ein wirklich erstaunliches Phänomen zu beobachten, vor allen Dingen bei der CDU und bei der FDP. Da ist es so, dass die CDU, ich weiß nicht, ob das jemand gelesen hat, hat ein Wahlprogramm von 140 Seiten. Ich habe das alles gelesen, da steht nichts drin. Also nur so vage Ankündigungen, aber es gibt eine markante Ausnahme und das ist bei der Steuerpolitik. Da ist es nämlich so, dass die CDU oder die Union zwei konkrete Maßnahmen vorhat. Zum einen will sie den Soli komplett abschaffen, was 10 Milliarden Euro kosten würde und wovon nur die obersten 5 Prozent, also die reichsten Steuerzahler profitieren würden, weil der Rest der Steuerzahler zahlt sowieso schon keinen Soli mehr. Und das Zweite, was sie gerne möchten, ist, dass die Unternehmenssteuern auf insgesamt 25 Prozent sinken, was eben nochmal 20 Milliarden kosten würde. Also insgesamt ist eine Steuersenkung von 30 Milliarden geplant, von der ausschließlich und nur die obersten 5 Prozent der Bevölkerung profitieren würden. Genau das gleiche Programm hat die FDP. Also das Programm der FDP ist kürzer, aber auch da gibt es eigentlich nur zwei wirklich konkrete Vorschläge und das sind genau die gleichen, Soli abschaffen für die Reichen und Steuern runter für die Unternehmen. So, jetzt ist eben das Phänomen, ich will das überhaupt nicht kritisieren, ich mache ja hier keinen Wahlkampf, sondern das, was ich interessant finde, ist, wie gesagt, es sollen nur die obersten 5 Prozent entlastet werden. Der Rest hat davon nichts, absolut nichts. Auch sonst gibt es da nichts im Angebot. Aber wenn Sie jetzt die Umfragen mal zusammenzählen, dann stellen Sie fest, dass CDU, also Union und FDP im Augenblick auf 34 Prozent kommen. Und ich würde mal schätzen, dass die Union auch besser abschneidet in den Wahlen als jetzt in den Umfragen. Das heißt, knapp 40 Prozent, würde ich mal schätzen, wählen letztlich entweder CDU und FDP, obwohl nur die obersten 5 Prozent was davon haben. Das ist natürlich schon wirklich bemerkenswert. Und ähnlich ist es bei der AfD. Die kommt in den Umfragen im Augenblick auf 11 Prozent. Die AfD ist inzwischen die größte Arbeiterpartei Deutschlands. Nirgendwo sammeln sich so viele Arbeiter wie bei der AfD. Aber auch da ist das Seltsame, die AfD hat für Arbeiter absolut nichts im Programm. Nichts, sondern stattdessen ist es ein neoliberales Programm. Also das sozusagen, wenn man da sich mal so durchwühlt, zu den konkreten Vorschlägen, dann ist es eigentlich im Wesentlichen so, dass der Mittelstand gefördert werden soll. Aber das sind dann eben Handwerker, Betriebe, also auch nicht die Arbeitnehmer oder die Normalverdiener, sondern faktisch ist auch die AfD so eine Art verkappte FDP. So, und auch da ist dann die Frage, ja, warum merken das die Wähler nicht? Dann die Antwort ist natürlich, wissen Sie auch, irgendwie ist es dann wichtiger, dass die AfD gegen Corona und vor allen Dingen gegen Migranten ist. Aber trotzdem sieht man schon auch in dieser Wahl, dass das irgendwie nicht zusammenpasst, was die Wähler wählen und was die Parteien ihnen versprechen. Und das ist natürlich wirklich die Frage, wie das eigentlich sein kann. Und, oder warum die Mittelschicht ständig und permanent gegen ihre eigenen Interessen stimmt. Und um jetzt mit diesem Phänomen ein bisschen auf den Grund zu gehen, fange ich mal mit einem Ereignis an, das jetzt schon etwas länger zurückliegt, das aber trotzdem sehr eindrucksvoll war und bis heute das Phänomen echt gut illustriert. Und das war Thilo Sarrazin. Sie erinnern sich, 2010 kam ein Buch von ihm raus, das hieß Deutschland schafft sich ab. Und dieses Buch hat sich damals 1,3 Millionen Mal verkauft. Und das muss man jetzt mal sagen, ist eine absolute Sensation für ein Sachbuch. Das erreicht eigentlich niemand. Und damals gab es auch Umfragen von Allensbach, da kam raus, dass 60 Prozent der Bevölkerung der Meinung waren, dass Sarrazin viele Dinge anspricht, die im Großen und Ganzen zutreffen. So, jetzt, wenn man dann das Buch gelesen hat, habe ich natürlich gemacht, war echt Arbeit. Ja, ich weiß nicht, ob jemand das Buch gesehen hat, hat irgendwie 490 Seiten. Dann ist es aber so, wirklich dickes Buch, aber es schrumpfte alles zusammen auf genau zwei Thesen, die ich jetzt mal in meinen Worten zusammenfasse. Die erste These ist von den Medien damals sehr breit rezipiert worden. Und sie besagte, dass muslimische Einwanderer dumm sein müssen, weil ihre Religion sie zur Dummheit verdammt. Das klingt jetzt unheimlich logisch und unheimlich tiefsinnig, aber wenn man sich das mal überlegt, was da eigentlich gesagt wird, dann ist das die reine Tautologie. Das ist also so, als würde man sagen, Heidelberger sind deswegen doof, weil sie aus Heidelberg stammen. Also zu sagen, Muslime sind doof, weil sie Muslime sind, ist ja irgendwie eine Null-Aussage. Hat aber niemanden interessiert, alle waren total angefixt von dieser These. Dann gab es aber noch eine zweite These, die wurde damals nicht so stark rezipiert. Aber Sarrazin wusste natürlich, dass in Deutschland nicht nur Muslime leben. Und deswegen hat er sich eben auch sehr hingebungsvoll mit der deutschen Unterschicht beschäftigt. Und da war dann die These, dass die deutsche Unterschicht genetisch bedingt so zu dumm sei, um in der Gesellschaft aufzusteigen. Also die Idee von Sarrazin war, dumme Eltern bekommen dumme Kinder und deswegen sind sie alle arm. So, jetzt ist klar, dass das mit der Intelligenzforschung nicht übereinstimmt. Alle Intelligenzforscher wissen ganz genau, dass die Vererbung von Begabungen nicht so schlicht funktioniert. Aber diese Einwände der Wissenschaftler, die damals auch kamen, hat die Sarrazin-Fans überhaupt nicht weiter irritiert. So, sondern, aber was denen allen entgangen ist, was aber die Botschaft eigentlich von Sarrazin war, nicht das Implizite, worum es eigentlich ging, wenn die Armen arm sind, weil sie angeblich dumm sind, dann bedeutet das umgekehrt natürlich, und das sagt Sarrazin nur an einer Stelle explizit, dass die Reichen zu Recht ganz oben sind. Nicht? Wenn die Armen selber schuld an ihrer Armut sind, dann ist umgekehrt klar, die Reichen sind oben, weil das die Leistungsträger sind. Also Sarrazins Behauptung ist, die Intelligenten setzen sich durch und werden zur Elite. Und das Erstaunliche ist eben, dass damals niemandem aufgefallen ist, wie absurd diese These ist. Also wenn man sich das nämlich mal näher überlegt, dann bedeutet das ja, dass wenn der Chef von Linde, das ist im Augenblick der Spitzenverdiener bei den deutschen Managern, wenn der 14 Millionen Euro im Jahr verdient, dann liegt das daran, dass der so intelligent ist. Der müsste dann aber, das muss man sich klar machen, ungefähr 50 Mal so intelligent sein, wie Normalbürger. Das ist unwahrscheinlich, aber fällt gar nicht auf. Oder wenn die BMW-Besitzerin Susanne Klatten derzeit fast 30 Milliarden Dollar hat, dann liegt das eben nicht daran, nach Sarrazin, dass sie Firmen von ihren Eltern geerbt hat, sondern die Intelligenz ihrer Eltern. Also irgendwie ist das alles völlig seltsam und kommt Ihnen wahrscheinlich auch komisch vor. Aber den meisten Sarrazin-Fans, wie gesagt, fiel damals gar nicht auf, welche aber witzigen Konsequenzen seine Theorie hat. Sie haben gar nicht gemerkt, dass das einzige Ziel von Sarrazin eigentlich war, die Privilegien der Privilegierten zu verteidigen. Sondern stattdessen lief es eben anders. Man hat nicht gemerkt, dass das die Schwachsinstheorie war, um Reiche zu verteidigen, sondern die meisten Sarrazin-Fans haben sich eben damals gedanklich auf die eigene Schulter geklopft. Endlich einmal wurde den Armen Dummheit attestiert. Und da man selbst ja nicht zu den Allerärmsten gehört, kann man ja auch dann nicht dumm sein. Das war sozusagen die Selbstermächtigung in dem Sinne, dass man dann dachte, ich bin intelligent, weil ich nicht arm bin. Und das hat mich übrigens daran schon immer am meisten erstaunt, aber das nur am Rande, mit welcher Selbstverständlichkeit Sarrazin und seine Anhänger davon ausgegangen sind, dass sie zu den Intelligenten zählen. Denn zentrales Merkmal der Dummheit ist ja, dass man sie selber nicht bemerkt. Aber wie auch immer, also das war von der Logik her interessant, wie man sich da hat einspannen lassen als Leser für die Privilegien der Reichen. Und was auch interessant war an dem Buch ist, es war ein Buch des Ressentiments, ein Buch der Angst, der Panik. Sarrazin selbst hat auch in Interviews immer gesagt, er hätte das Buch geschrieben, weil er Angst hat. So und aus meiner Sicht, was man da eben rauslesen konnte, war die Angst vor dem eigenen Abstieg. Dass die Mittelschicht also das Gefühl hatte, dass sie einen Status verliert. Statt aber darüber zu reden, dass man diese Angst hat, wurde das ausgelagert in dem Sinne, dass man sagt, die Migranten sind das Problem. Und man muss sagen, dass die Mittelschicht sich diesen sozialen Abstieg nicht einbildet. Sie wird tatsächlich abgehängt. Also bevor ich jetzt weiter zur Sozialpsychologie der Deutschen komme, vielleicht dann doch erstmal so ein paar Daten, damit man sieht, wie die Lage hier so ist. Also wenn man sich das anguckt, einfach rein statistisch, dann sieht man, dass seit 2000 das Wachstum in Deutschland 31 Prozent betragen hat. Aber die Reallöhne sind in der gleichen Zeit, also in den letzten 20 Jahren, im Durchschnitt um 12 Prozent gestiegen. Das heißt, man kann sehen, dass 20 Prozentpunkte des Wachstums, also zwei Drittel sind an die Kapitaleigner gegangen, also an die Besitzer von Aktien und Unternehmen und nur ganz wenig ist bei den Angestellten angekommen. Vor allen Dingen, das ist auch wichtig, sind diese 12 Prozent, die überhaupt angekommen sind, ja eine Durchschnittszahl. Das heißt, es gibt die höheren Angestellten, Akademiker zum Beispiel, die angestellt sind, haben stärker profitiert, während die unteren Schichten sogar verloren haben. Also die unteren 10 Prozent der Bevölkerung verdienen heute real weniger als im Jahr 2000. Also Reallohn meint, da ist die Inflation schon berücksichtigt. Also die haben, wenn man die Kaufkraft anguckt, haben die unteren Schichten heute tendenziell weniger als vor 20 Jahren. So und was auch sehr auffällig ist, wenn man diese 20 Jahre anguckt, ist, dass es zwischendurch auch immer mal wieder Booms gab, zum Beispiel 2009, 2010, ist die Wirtschaft sehr stark gewachsen. Aber das hat überhaupt gar nichts ausgelöst bei den Reallöhnen. Die sind trotzdem nicht gestiegen. Und das ist auch neu. Das gab es in der bundesdeutschen Geschichte eigentlich nicht, dass wenn es starke Konjunkturaufschwünge gibt, die Löhne nicht mitziehen. Die OECD, also der Zusammenschluss der Industrieländer, hat sich immer wieder mit Deutschland beschäftigt und immer wieder festgestellt, dass es eigentlich kein anderes Land gibt in Europa oder unter den Industrieländern, wo Arm und Reich so schnell auseinander driften. Es ist nicht so, dass Deutschland jetzt das ungerechteste Land in der OECD wäre. Also da gibt es noch ganz andere Beispiele, nicht Mexiko oder Portugal zum Beispiel oder auch die USA. Also wir sind sozusagen, wenn es insgesamt um Gerechtigkeit geht, immer noch in der Mitte. Es gibt natürlich andere Länder, wo die Gerechtigkeit größer ist, vor allen Dingen in Skandinavien. Aber was in Deutschland einzigartig ist, ist die Dynamik, mit der Arm und Reich auseinander dividiert wird. So, das heißt, die Mittelschicht hat also Recht, wenn sie sich als Opfer fühlt und das Gefühl hat, hier geht es nicht mit rechten Dingen zu. Und jetzt ist ja nur noch die Frage, von wem ist eigentlich die Mittelschicht das Opfer? So, also für Sarrazin und heute für die AfD, das ist ja eigentlich eine direkte Traditionslinie, ist es ganz einfach. Es sind einfach angeblich die nutzlosen Einwanderer und eine verblödete deutsche Unterschicht, die die Mehrheit der Gesellschaft aussaugen. Also die Idee ist, und das muss man sich ganz klar machen, was dahinter steht, die Idee ist, die Armen sind die Ausbeuter. Das ist ja auch etwas, was man abgeschwächt bei der CDU findet oder bei der FDP. Also ganz berühmt wurde ja der Satz von Laschet, den hat er jetzt kürzlich in einem Triell gesagt, nämlich Harz ist kein Beruf. Da wird ja schon die Verachtung für die Unterschicht ganz deutlich gebündelt, nämlich nach dem Motto, die Leute wollen nicht arbeiten, die sitzen da in der Hängematte. Also die Idee ist, die Armen sind die Ausbeuter und wenn es diese Armen nicht gäbe, dann würde es uns allen gut gehen. Aber man muss sich natürlich klar machen, dass das eigentlich ein ganz seltsamer Begriff von Ausbeutung ist. Denn früher dachte man ja, dass die Reichen die Ausbeuter sein müssten, sonst wären sie ja nicht so reich. Eine ganze Gesellschaft arbeitet und auf wundersame Weise ist es aber am Ende so, dass das Volkseinkommen nur bei ganz wenigen landet. Aber dieser Mechanismus wird nicht wahrgenommen, sondern stattdessen sind angeblich die Armen schuld. Und dadurch, dass man sich immer nach unten blickt, kriegt man nicht mehr mit, was oben sich abspielt. In Wahrheit ist es nämlich so, Deutschland sagt zwar immer von sich selbst, es sei eine soziale Marktwirtschaft, wo dann immer impliziert wird, dass es hier besonders sozial zugehen würde. Aber in Wahrheit ist das Vermögen in Deutschland bei ganz wenigen Familien konzentriert. Das sind jetzt keine Statistiken von mir, sondern vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Und bei deren Analysen kommt raus, dass das reichste Hundertstel, also das oberste eine Prozent, hat in Deutschland schon 34 Prozent des gesamten Volksvermögens. Und das reichste Zehntel, also die obersten zehn Prozent, kommen wahrscheinlich auf 74 Prozent. Das sind jetzt die Schätzungen, die wahrscheinlich das realistische Bild abgeben. In den Daten, darauf komme ich aber gleich noch, sieht es ein bisschen anders aus. Wie auch immer, also das Vermögen konzentriert sich ganz oben in enormer Menge, was natürlich dann logischerweise bedeutet, dass unten eigentlich nicht mehr viel ankommen kann. Und man muss sich also vorstellen, dass die unteren 70 Prozent, das ist also die große Mehrheit der Bevölkerung, das ist die Mittelschicht und das ist auch die Unterschicht, also diese 70 Prozent kommen gemeinsam auf ganze 9 Prozent des Volksvermögens. Also die Unterschichten haben gar keinen Besitz, sondern Schulden. Und auch in den Mittelschichten ist eigentlich nicht viel vorhanden. Wenn man sich jetzt fragt, wie kann das sein, 70 Prozent der Bevölkerung haben nur 9 Prozent des Volksvermögens, dann muss man vielleicht wissen, wie diese Statistiken erhoben werden. Was nämlich nicht zählt, weil das auch viel zu schwer wäre, das alles zu messen, sind Gebrauchsgüter, also wie das Sofa, der Kühlschrank, das Auto, das wird alles nicht reingerechnet. Weil dann ist das Sofa 20 Jahre alt, ja was hat das noch für einen Wert? Mit solchen Fragen will sich ja kein Statistiker länger aufhalten. Das heißt, was zählt sind Häuser, Kunstgegenstände, Aktien, Finanzvermögen, Grund und Boden, Fabriken und sowas. Aber eben nicht die Möbel zu Hause im Wohnzimmer. Jetzt ist es aber so, dass das genau, die Möbel im Wohnzimmer und das Auto, so ungefähr das Einzige ist, was viele Familien überhaupt besitzen. Wenn man das dann wegnimmt, nach dem Motto, das zählt jetzt hier nicht, dann haben die gar nichts mehr. Nicht, also man kann sagen, das, was wirklich wertvoll ist, das konzentriert sich auf ganz wenige Familien in Deutschland. So, jetzt würde man ja denken, dass die Deutschen sich über diese Ungerechtigkeit erregen würden, dass sich das gesamte Vermögen bei wenigen Reichen konzentriert. Man kann das auch so ausdrücken, dass die obersten 5% haben in Deutschland genauso viel wie die restlichen 95%. So, dann würde man ja denken, nicht, reine Logik, okay, die 95% weiter unten, die verbünden sich jetzt gegen die oberen 5% und wollen, die jetzt vielleicht gar nicht enteignen, aber wenigstens erreichen, dass die ihren fairen Anteil an den Kosten des Staates übernehmen. Aber sie wissen genau, wie es läuft, das genau passiert nicht, sondern stattdessen glauben alle lieber, dass die Einwanderer jetzt das ganz große Problem sind. Also wenn man jetzt nochmal auf Sarrazin zurückkommt mit seiner Intelligenztheorie, dann wäre es so umgerechnet, dass das oberste 1% einen IQ von weit über 10.000 haben müsste. Ja, aber sie wissen natürlich auch, dass das nicht existiert, dass schon ein IQ von 200 eigentlich ein absolutes Genie ist, das gibt es praktisch auch nicht. Das heißt, das ist alles der totale Unsinn. Sondern, da erzähle ich Ihnen jetzt aber nichts Neues, Sie kommen ja vielleicht oft aus den Gewerkschaften, in der Gesellschaft wirken ganz andere Mechanismen, wenn es um die Verteilung von Einkommen und Vermögen geht. Die vermeintliche Intelligenz von Einzelnen spielt überhaupt keine Rolle, sondern es geht um knallharte soziale Selektion und um politische Entscheidungen. So, und in diesem Kampf, das kann man durchaus als Klassenkampf bezeichnen, das war ja offenbar ein Vortrag vor mir. Also, aber in diesem Kampf, und das muss man jetzt wirklich mal sagen, stellen sich die Mittelschichten besonders dämlich an. Denn, ich meine, das ist ja jetzt auch wieder spürbar in diesen Wochen, wir sind eine Demokratie, es gibt Wahlen und die Mittelschicht stellt die Mehrheit der Wähler. So, ich will jetzt gar nicht darüber reden, wie man jetzt Mittelschicht misst, das ist sehr kompliziert und auch sehr umstritten, aber nach allen Schätzungen, die man so hat, stellt allein die Mittelschicht 60% der Wähler und dann gibt es nochmal die Unterschicht mit ungefähr weiteren 20 bis 25%, das heißt, die Oberschichten sind eine ganz kleine Minderheit und diese Breite der Mitte, Mitte plus Unterschicht, aber vor allen Dingen die Mittelschicht, entscheidet jede Wahl, einfach qua Masse und das ist etwas, was alle Parteien auch wissen, nicht, also bei jeder Wahl, das kann man dann ja wieder miterleben, versucht jede Partei von der CSU bis zur Linkspartei, alle versuchen eigentlich die Mitte anzusprechen, weil eben, das ist ja so ein allgemeiner Analyse-Satz in Deutschland, in der Mitte werden die Wahlen gewonnen, nicht, und dann die SPD hat mal die neue Mitte angesprochen und die Grünen haben sich mal Partei der Mitte genannt und CDU und FDP zusammen waren mal die Koalition der Mitte, also irgendwie ist immer die Mitte im Gespräch und das stimmt auch, die Mitte oder der Mittelschicht hat die Macht, die Gesellschaft so zu gestalten, dass es ihr selbst blendend geht. Nur, das haben wir jetzt ja schon hinreichend besprochen, es passiert genau das Gegenteil, permanent stimmt die Mittelschicht für Reformen in der Steuer und in der Sozialpolitik, die ihr selbst schaden und die nur den Reichen nutzen. Ich will jetzt hier kein Pro-Seminar über den deutschen Steuerstaat halten und deswegen nur ein paar Beispiele, die Sie alle kennen, die aber unglaublich waren. Als erstes die Einkommenssteuer, ausgerechnet Rot-Grün, Sie merken schon, ich bin grünes Parteimitglied, aber nicht besonders begeistert von der Steuerpolitik meiner eigenen Partei, also ausgerechnet Rot-Grün hat den Spitzensteuersatz von 53 auf 42 Prozent gesenkt und wie der Name Spitzensteuersatz schon sagt, ihn zahlen nur die Spitzenverdiener. So, und jetzt könnte man natürlich sagen, ja okay, 11 Prozentpunkte, das ist ja nun auch nicht so viel, das ist ein völliger Irrtum. Diese Senkung von 53 auf 42 Prozent war eine absolute historische Zäsur, denn die moderne Einkommenssteuer, so wie wir sie heute kennen, wurde 1920 eingeführt, also sie ist jetzt ungefähr 100 Jahre alt, von einem Politiker namens Matthias Erzberger, der dann auch wenig später ermordet wurde, aber um es zynisch zu sagen, nicht deswegen. So, aber damals, als die Einkommenssteuer eingeführt wurde, 1920, lag der Spitzensteuersatz bei 60 Prozent und da ist er auch geblieben, ungefähr, durch alle historischen Wirren hindurch. Das muss man sich mal klar machen, es gab zwei Weltkriege, zwei Inflationen und der Spitzensteuersatz war immer bei 60 Prozent und selbst bei Helmut Kohl, der ja jetzt wirklich nicht als Sozialist bekannt war, war der Spitzensteuersatz immer noch bei 56 Prozent. So und dann kommt ausgerechnet ein Sozialdemokrat namens Gerhard Schröder und dem fällt dann plötzlich ein, das muss man auch wirklich sagen, das war ein plötzlicher Einfall, dass 42 Prozent doch auch reichen würden. Ja, genau, Hans Eichel, ich meine, da hinten liegt ja, ich mache jetzt einen Werbeblock, ich kann es nicht lassen, da hinten liegt ja mein Buch, Deutschland ein Wirtschaftsmärchen und da gibt es auch ein Kapitel zu Rot-Grün und wie es zu diesen verschiedenen Reformen kam, also Steuersenkung, Ries der Rente und so weiter und das Phänomen ist wirklich, dass diese Idee, wir machen jetzt eine Steuersenkung, ist Steinmeier, muss man jetzt mal ganz deutlich sagen, Weihnachten 1999 gekommen oder 98, jedenfalls ganz plötzlich, ich glaube, es war doch 98, tut mir leid, steht da aber genau drin, weil man in Wahlkampf nötig kam. Eigentlich war das Mastermind des gesamten Desasters, das muss man so hart sagen, immer Steinmeier und es sagt, also auch Hartz IV ist eine Erfindung von Steinmeier und man muss schon sagen, dass das viel über Deutschland sagt, dass also nun ausgerechnet Steinmeier unser Bundespräsident ist. Jedenfalls hatte man plötzlich den Einfall, dass man diese Steuer auf 42 Prozent senkt und man kann auch nicht mal sagen, dass jetzt Schröder die Wähler wirklich getäuscht hätte, denn sie erinnern sich an ihn. Er hat sich ja damals so als Genosse der Bosse inszeniert, also mit Zigarre und Brioni Anzügen. Er hat also durchaus signalisiert an die Wähler, Reichtum ist geil. Und es wäre auch nicht fair, jetzt nur zu sagen, dass Schröder allein oder wie gesagt Steinmeier diese Steuergeschenke für die Reichen erfunden hätten, sondern das musste ja alles durch den Bundestag und vor allen Dingen auch durch den Bundesrat. Also Steuern werden in Deutschland immer von allen Kammern gemeinsam entschieden. Das heißt aber in aller Härte, alle Parteien haben damals mitgemacht, die Grünen als Koalitionspartner, die FDP und die Union im Bundesrat. Linke gab es ja noch nicht. Das heißt, zu dem Zeitpunkt waren alle Parteien der Meinung, alle komplett geschlossen, dass die Mehrheit der Wähler unbedingt die Reichen schenken will. Das ist der Wahnsinn. Also alle diese Parteien wollten ja wieder gewählt werden und alle diese Parteien dachten, der schnellste Weg zur Wiederwahl ist, wenn man die Reichen beschenkt. Das ist einfach irre, also auch im Rückblick ist es einfach nur irre. Vor allen Dingen, das wird auch immer gerne vergessen, ein solches Geschenk für die Privilegierten ist ja nicht umsonst zu haben. Allein die rot-grünen Steuerreformen waren sehr Jahr gekostet. Und der Punkt ist, das muss man sich ganz klar machen, diese 50 Milliarden fehlen jedes Jahr wieder. Das ist ja nicht einmal eine Summe, die fehlt, sondern die fehlt jedes Jahr wieder. Und jetzt in der Corona-Pandemie haben sich ja immer alle gewundert, warum unsere Gesundheitsämter noch nicht digitalisiert sind. Ja, warum wohl nicht? Weil das Geld fehlt. Also das finde ich auch so komisch an den Deutschen, die denken immer, man kann die Steuern senken und hinterher hat man einen funktions tüchtigen Staat. So funktioniert es aber nicht. Nur jetzt, habe ich ja vorhin schon erzählt, sind die Deutschen schon wieder dabei, Parteien zu wählen, die an die Reichen 30 Milliarden Steuern verschenken wollen. Offenbar versteht niemand, dass dieses Geld gebraucht wird. So jetzt ist es aber nicht nur, ich bis 2009 ging es ähnlich weiter. Da gab es weitere Orgien, also zum Beispiel wurde damals die sogenannte Abgeltungssteuer beschlossen, was bedeutet, dass Kapitalerträge pauschal noch mit 25 Prozent besteuert werden, egal wie viel die Leute verdienen. Das heißt nicht, Frau Klatten mit ihren 30 Milliarden Dollar zahlt auf ihre Kapitalerträge nur 25 Prozent. So und das hatte dann den bizarreren Effekt, dass Millionäre eben ihre Zinserträge niedriger versteuern als viele Arbeitnehmer ihren Lohn. Dann als nächstes wurde die Erbschaftssteuer reformiert, das hatte dann den Effekt, dass Firmenerben zwischenzeitlich gar keine Steuern mehr gezahlt haben, selbst wenn sie Milliarden übernommen haben, dann musste man das nur ein bisschen schlau anstellen. So dann war inzwischen so viel Geld verschwunden, also man hatte auch noch die Körperschaftssteuer reformiert, dass jetzt ernsthaft Geld in der Kasse fehlte. Und dann wissen sie, was als nächstes passierte, nämlich man hat die Mehrwertsteuer von 16 auf 19 Prozent erhöht. Und das ist natürlich einfach aus meiner Sicht ein unglaublicher Skandal, weil ja die Mehrwertsteuer wird von allen gezahlt, Sie wissen es, und alle zahlen den gleichen Satz, und die Ärmsten werden am stärksten belastet, letztlich, weil sie ihr gesamtes Einkommen konsumieren, nicht sparen können, weil sie dazu gar nicht das Geld haben. Das heißt, was passiert ist, man hat immer oben entlastet, dann war plötzlich kein Geld mehr da, und dann hat man die Mittelschicht und vor allen Dingen auch die Unterschicht belastet. So, und das ist die Steuerpolitik in Deutschland. Die Vermögensteuer habe ich deswegen weggelassen, weil die Vermögensteuer wurde schon unter Kohl faktisch abgeschafft, aber es stimmt, also auch Kohl, also auch die Vermögensteuer ist dann verschwunden, weil die damals ebenfalls ungefähr, oder das muss man eigentlich anders formulieren, wenn wir sie heute noch hätten, sie ist 1997 verschwunden, würde sie heute in der alten Form ungefähr 10 Milliarden Euro einbringen. So, das ist alles weg. Man kann also wirklich sagen, erstens, die Reichen, das muss man sich schon klar machen, die Reichen profitieren am stärksten vom Wirtschaftswachstum, das heißt, ihr Einkommen wächst am stärksten und gleichzeitig wurde genau diese Schicht, die sowieso ständig steigende Einkommen hat, auch noch entlastet durch die Steuern. So, das ist Deutschland. So, jetzt, das sind die Fakten. Die Mittelschicht hat also zu Recht das Gefühl, dass sie irgendwie das Opfer ist. Ne, andersrum, die Mittelschicht hat zu Recht das Gefühl, dass sie nicht gewinnt. aber trotzdem ist es eben falsch zu sagen, dass sie das Opfer ist. In Wahrheit ist eben die Mittelschicht der Täter. Die Mittelschicht, so tragisch das ist, wirkt an ihrem eigenen Abstieg mit. Und jetzt kommt eigentlich immer ein Einwand, den ich jetzt hier mal anbringen will, nämlich, dass viele Leute das Gefühl haben, daraus speist sich ja auch die AfD zu großen Teilen, dass die Leute das Gefühl haben, die so Wahlen bringen doch sowieso nichts. Also ist doch egal, wen ich wähle, hinterher kommen die Lobbyisten und beeinflussen die Politik und machen da, was sie wollen. So, das stimmt auch, also ich meine, das kriegt man ja als Journalistin mit, dass die Lobbyisten und auch die Verbände in Deutschland wirklich sehr viel Einfluss haben. Es wäre Quatsch, das Gegenteil zu behaupten, aber es ist trotzdem so, und das muss man ernst nehmen, dass ihr Einfluss nicht grenzenlos ist. Es gibt sozusagen eine ganz zentrale Schallmauer, das kann man auch jetzt wieder beobachten, jeder Politiker will wiedergewählt werden. Denn man muss sich ja klar machen, dass für den normalen Bundestagsabgeordneten, der jetzt also nicht besonders sichtbar ist, der nicht ein Ministerium leitet, sondern der ganz normale Bundestagsabgeordnete, der wird nie wieder in seinem Leben eine so schöne Stelle haben wie im Bundestag. Das will ich nicht kritisieren, aber ein Bundestagsabgeordneter verdient so viel wie ein Bundesrichter und wenn man lang genug dabei war, hat man auch eine wunderbare Pension. So schön kommt es nie wieder. Das heißt, und das muss man ernst nehmen, deswegen ist ja jetzt auch in der Union so eine große Aufregung wegen Laschet, weil ja die Mandate flöten gehen, das ist jedenfalls die Sorge. jeder Bundestagsabgeordnete will wiedergewählt werden und das heißt, die Lobbyisten können denen nicht alles erzählen, sondern die Politiker müssen immer das Gefühl haben, dass das auch bei den Wählern ankommt. Oder anders gesagt, wenn Lobbyisten wirklich Erfolg haben, dann müssen sie auf das Selbstbild der Mittelschicht zielen, also wenn sie die Interessen einer reichen kleinen Minderheit durchsetzen wollen, dann müssen sie die Emotionen der Mehrheit berühren, dann müssen sie deren Ängste und Vorurteile bedienen. Oder ganz konkret, wenn Lobbyisten die Steuersenkung für die Reichen durchbringen wollen, dann müssen sie der Mittelschicht das Gefühl geben, dass sie ebenfalls zur Elite gehört. Man muss also wirklich die Mittelschicht zum Selbstbetrug animieren. Und zunächst mag es ja wirklich erstaunen, dass es überhaupt möglich sein soll, der Mittelschicht einzureden, dass sie auch zu den Reichen gehört. Das ist nämlich der Trick. Denn wie kriegt man das hin, der Mittelschicht zu sagen, sie ist reich? Denn das hatten wir ja, die Reallöhne stagnieren und Vermögen hat die Mittelschicht auch nicht. Und trotzdem gelingt es der Mittelschicht immer wieder einzureden, sie sei der Elite ganz nah. Wie kann das klappen? Also heute, das passt super zum Vortrag, saß ich im Speisewagen und da hat einer von diesen Kellnern im Speisewagen, die hatten da gerade Pause, den anderen Kellnern erzählt, er müsste ja jetzt CDU wählen, um Rot-Rot-Grün zu verhindern. Da dachte ich, der Arme, der wählt jetzt eine Partei, die für ihn nichts immer in Gebot hat, nichts. Aber er denkt, er muss Rot-Rot-Grün verhindern. Wie gesagt, ich sage ja nicht, dass die Grünen oder die SPD immer alles richtig gemacht hat, ich habe mich ja nun hinreichend kritisiert, aber die CDU hat garantiert nichts im Angebot für ihn, aber das merkt er gar nicht. Und wie kann das also sein, dass jemand dann denkt, er müsste jetzt unbedingt die Interessen der Eliten verteidigen? Und wieso denkt er, er sei selber auch der Elite ganz nah? Und da ist es so, dass aus meiner Sicht drei Mechanismen ineinander greifen. Über einen haben sie, glaube ich, schon bei den anderen Vorträgen gehört, der ist aber wirklich nicht zu unterschätzen, der ist zentral, das ist diese vehemente Verachtung für die Unterschicht, in der sich eben angeblich nur verdummte Sozialschmarotzer tummeln. Also diese Verachtung hat Sarrazi nicht erfunden, sondern er hat diese Verachtung nur genutzt, um damit als Bestsellerautor Millionen zu verdienen. Inzwischen gibt es für diese Diskriminierung und Verachtung für die Unterschicht auch einen Begriff, nämlich Klassismus. Und das hatten sie ja in den anderen Vorträgen schon. Und dieser Klassismus ist in Deutschland ganz stark, das ist nicht irgendwie ein Randphänomen, sondern man kann eben in Studien oder in Umfragen zeigen, dass ungefähr 57% der Bundesbürger felsenfest der Meinung der Meinung dass Langzeitarbeitslose sich ein schönes Leben auf Kosten der Gesellschaft machen würden. Also es ist zwar so, dass freiwillig niemand in der Mittelschicht in Hartz IV landen möchte, davor haben alle panische Angst, aber gleichzeitig denkt man, dass die, die in Hartz IV sind, sich dann wunderbares Leben machen. Aber dieser Widerspruch fällt auch niemandem wirklich auf. Und was dahinter steht, ist, ich glaube, das ist sehr menschlich und einfach nicht abzustellen. Es ist eben befriedigend, also wenn man sich jetzt fragt, warum gibt es diese Verachtung für die Unterschicht? Es ist befriedigend, andere unter sich zu wissen. Das können auch schon Babys, also dass Kleinkinder wissen schon, dass andere Kinder noch kleiner sind. Das ist zutiefst menschlich. Und was dahinter steht, ist ja diese Idee, wenn ich nicht ganz unten bin, dann bin ich ja schon fast ganz oben. Also das ist so eine ganz gefährliche Hydraulik. Wenn man nicht ganz unten ist, dann hat man es irgendwie geschafft, dann ist man selber auch Leistungsträger. Und diese Idee, ich bin nicht ganz unten, also bin ich wahrscheinlich schon fast oben, das ist nicht logisch, aber das ist sozusagen so eine Art automatisches Gefühl, führt dann dazu, dass man denkt, also mein eigener Aufstieg ist irgendwie schon ganz nah, denn ganz unten bin ich ja nicht. Und das ist dann der zweite Mechanismus, also neben dieser Verachtung für die Unterschicht, die Mittelschicht glaubt immer noch an die eigene Karriere, sie fühlt sich nicht reich, aber fast reich. Also sehr aufschlussreich ist eine Umfrage, die die Bundesregierung mal gemacht hat für ihren dritten Armuts- und Reichtumsbericht, da hatte sie nämlich den wirklich genialen Einfall, Bundesbürger einfach mal zu fragen, in so einer qualitativen Umfrage, was für sie eigentlich Reichtum ist. Weil Armut ist genau definiert, aber was eigentlich reich ist, wabert irgendwie so dahin. Und da kam dann interessanterweise raus, dass für alle der Reichtum knapp oberhalb des eigenen Einkommens anfängt. Also wenn ich 1500 Euro netto im Monat habe, dann fängt der Reichtum irgendwie ab 2000 Euro an. Und wenn ich sagen wir mal 2500 netto habe, dann fängt er irgendwie bei 4500 netto an. Und das Interessante ist, das funktioniert bei Millionären auch so. Wenn man zwei Millionen hat, dann sagt man nicht, ich bin reich, sondern dann fängt der Reichtum mit drei Millionen an. So fast reich. Die Idee ist, man muss sich nur ein bisschen anstrengen und dann hat man es endlich auch geschafft. So und diese Idee, ich schaffe das aus eigener Kraft und demnächst bin ich auch reich, ist auch deswegen so naheliegend, weil sehr viele tatsächlich einen Aufstieg erlebt haben, nämlich einen Bildungsaufstieg. Also wenn Sie jetzt mal an Ihre eigene Familie denken, dann ist es die Vorfahren alle noch Bauern oder Handwerker waren und jetzt besteht die Familie aber aus Angestellten, es gibt auch die Ersten, die studiert haben, Leute machen Abitur und dann hat man natürlich einen Bildungsaufstieg, das ist ja gar nicht zu leugnen und auf diese Leistung ist man dann auch stolz, dass man mehr Bildung hat als früher und man ist so stolz darauf, dass man das entscheidende Paradox völlig übersieht, nämlich noch nie war eine Kohorte von Arbeitnehmern so gut ausgebildet wie die Leute, die heute arbeiten, also die Bildungsabschlüsse sind fantastisch, aber trotzdem steigen die Reallöhne nicht, das hat nämlich miteinander nichts zu tun, Bildung und Reallöhne und man kann jetzt auch nicht sagen, dass das an der Globalisierung liegt, dass hier die Reallöhne nicht steigen, denn die Gewinne der Firmen explodieren ja und diese enormen Profite belegen, dass man da eigentlich auch eine Menge verteilen könnte. Aber das Kernproblem aus meiner Sicht ist, und das werden die Gewerkschaften wissen, das Problem ist, dass ganz viele aus der Mittelschicht gar nicht bereit sind, in eine Gewerkschaft einzutreten und sich dazu engagieren, weil die Idee ja wieder ist, das ist eigentlich nur was für die Unterschicht, für Arbeiter, also ich, ich habe Abitur, ich weiß sowieso, wie ich alleine kämpfen kann und wie ich allein zurecht komme, also die Leute, die Bildung haben, haben das Gefühl, dass sie sowieso alles besser wissen als die anderen und das ist aber durchaus eine gefährliche Idee und es gibt ja dann fatale Fehlschlüsse, also zum Beispiel weiß die Mittelschicht, dass die Manager in DAX-Konzernen alle einen Universitätsabschluss haben, das stimmt, es gibt praktisch niemanden in einem DAX-Konzern, der nicht einen Universitätsabschluss hat, meistens sind es Juristen oder Ingenieure. Also denkt die Mittelschicht, also wenn ich auch Jurist bin oder auch Ingenieur, dann werde ich DAX-Vorstand. Ja, das ist aber falsch, weil ja, weil also der Hochschulabschluss ist zwar wichtig, ohne Hochschulabschluss wird es schwierig, aber das reicht nicht. Noch viel wichtiger ist die richtige Herkunft. Also man hat das ja dann hin und also in alle Richtungen untersucht, wo eigentlich die Konzernmanager herkommen und dann stellt sich raus, fast alle mit ganz ganz wenigen Ausnahmen kommen aus einer ganz kleinen Oberschicht, die ungefähr 3,5% der deutschen Bevölkerung umfasst. Das heißt, was da passiert ist, die Elite rekrutiert sich aus sich selbst. So, das ist ja total gängig, die Debatte kennen sie, dass man immer die Parallelwelt bei der Unterschicht beklagt. Also alle wundern sich immer, warum die Unterschicht in der Unterschicht bleibt. Aber genau diese gleiche Parallelwelt haben wir auch in der Oberschicht. Wer in der Oberschicht ist, der bleibt in der Oberschicht. Und zwar ziemlich unabhängig davon, wie dessen Leistungen sind. Das wurde nämlich auch schon mal untersucht, das war eigentlich eine ganz lustige Studie, wurde geguckt, gibt es ja, was aus Schulversagern aus der Oberschicht wird. Ja, ist ja so. Genau. kam raus, das macht eigentlich nichts, sondern hier vorne hat auch schon jemand gesagt, warum nicht, da wird entsprechend geheiratet. Ja, jedenfalls die Herkunft ist zentral und sehr schwer zu überwinden, wenn man sie nicht hat. Ja, also die Deutschen glauben zwar gern, dass sie in so einer Art nivellierten Mittelstandsgesellschaft leben würden, aber tatsächlich ist die deutsche Gesellschaft sehr statisch und eigentlich eine Klassengesellschaft, die wenig echten Aufstieg zulässt. So, jetzt ist natürlich die Frage, ja, okay, das ist völlig offensichtlich, Aufstieg gibt es eigentlich nicht, warum fällt das nicht auf? So, und das führt zum dritten Mechanismus, nämlich, dass die Reichen sich systematisch armrechnen. Also, ja, Deutschland ist ein sehr reiches Land, nicht? Aber versuchen Sie mal, einen Reichen zu finden. Nein, das ist praktisch unmöglich. nicht? Also, jeder Reiche leugnet beharrlich, dass es ihm gut geht und hält sich selbst für das eigentliche Prekariat. Also, ich werde jetzt keinen Namen nennen, aber ich kannte mal tatsächlich einen Milliardär, bis wir uns wegen der Erbschaftssteuer dann zerstritten haben. aber ich, das ist keine Übertreibung, es war wirklich so, nicht? Er hat jeden Tag einen Gewinn von 300.000 Euro gemacht, jeden Tag, habe ich ausgerechnet. Aber dieser Mann hatte Angst, dass er irgendwann mal Hartz IV kriegt. Nee, Sie lachen, aber es war so. Nicht? Also, wenn man viel hat, hat man auch offenbar diese Verlustängste. Jedenfalls, er hätte sich niemals für wirklich reich gehalten, sondern ja permanent bedroht. Und dass das irgendwie jetzt so ist und keine Erfindung von mir, konnte man auch mal in einem sehr interessanten Zeitinterview mit Gloria von Thurn und Taxes nachlesen. Also, Sie kennen ja sicher alle Gloria von Thurn und Taxes, nicht? Die kommt ja ständig in der Klatschpresse vor. Immer noch? Nicht mehr so viel wie früher, genau. Und ihr Sohn, der Erbprinz, hat eine Milliarde. So, dann hat Gloria von Thurn und Taxes ein Zeitinterview gegeben und da hat sie dann erzählt, sie sei eigentlich auch nur Mittelschicht. Ja, und so ein Unsinn erzählt die Frau ja nicht, um sich lächerlich zu machen, sondern das hat sie wirklich geglaubt. Und in diesem gleichen Zeitinterview kam dann raus, dass es eben so ist. Also, ihre Familie hat eine Milliarde, aber eine Schwester von ihr hat einen Flick geheiratet und die hat drei Milliarden. So, und aus der Sicht von Gloria von Thurn und Taxes ist sie irgendwie arm im Vergleich zu dieser Schwester mit ihren drei Milliarden. So, und dass dieser ganze Unsinn überhaupt stattfinden kann, dass also auch Reiche gar nicht mitkriegen, wie reich sie sind und dass alle denken, sie sind in einer Mittelschicht, selbst Gloria von Thurn und Taxes, das hat natürlich auch damit zu tun, dass man über den wahren Reichtum in Deutschland sehr wenig weiß. Also in der Statistik klaffen immense Lücken, nicht, also zum Beispiel eine ganz, ganz zentrale Statistik in Deutschland ist die Einkommens- und Verbrauchsstatistik des Statistischen Bundesamtes, enormer Aufwand, alle fünf Jahre werden 60.000 Haushalte befragt und das ist letztlich die Basis für alles zum Beispiel um Hartz IV auszurechnen, aber bei dieser Riesenuntersuchung, die dann auch Jahre braucht, bis man sie endlich ausgewertet hat, werden Haushalte mit einem Nettoeinkommen von 18.000 Euro im Monat und mehr nicht berücksichtigt. Ja, die fehlen. Und ja, nein, nur die fehlen deswegen, die Statistische Bundesamt gibt dann zu den einzelnen Statistiken immer sogenannte Qualitätsberichte raus. wo die Methoden erläutert werden und da steht dann sozusagen sinngemäß, ich verschärfe das ein bisschen, dass das nichts bringt, die Reichen zu befragen, weil sie sowieso lügen würden. Also, nee, das Statistische Bundesamt formuliert das eleganter, so nach dem Motto, sind keine wahrheitsgemäßen Auskünfte zu erwarten. Ja, und dann steht da auch noch, das sind ja sowieso nur ein Prozent der Bevölkerung, so nach dem Motto, ist ja egal, ob man jetzt 99 Prozent befragt oder 100 Prozent. Aber das ist natürlich Quatsch, weil nach dem, was man so ungefähr schätzen kann, ist es so, dass diese obersten ein Prozent 34 Prozent des Volksvermögens haben. Das heißt, wenn die nicht drin sind, kann man den Rest eigentlich auch vergessen. und das führt dazu, dass in der Statistik nicht Milliarden verschwinden, sondern Billionen, von denen dann keiner weiß, wer sie eigentlich genau besitzt. So, und können sie noch? Ich bin nämlich noch in Fahrt, ja, ich merke, das dauert alles ewig. Ja, naja, jedenfalls, also, weil man über den Reichtum nichts weiß oder wenig, ist es dann so, dass in Deutschland ganz seltsame Debatten immer losgehen, besonders beliebt, also mindestens einmal im Jahr kommt diese Debatte, ist die Debatte über die Managergehälter. Also, natürlich, nicht, dass Sie mich missverstehen, das gibt jetzt keinen Grund, warum Spitzenmanager 50 Mal so viel verdienen sollen wie durchschnittliche Angestellte, dann ist ja völlig klar, dass ein Manager nicht 50 Mal so fleißig oder 50 Mal so intelligent ist. Es ist völlig klar, dass das eine Art leistungsloses Einkommen ist, was da oben gezahlt wird, aber trotzdem alle erregen sich dann über die Manager und wie viel die verdienen und diese Erregung ist auch durchaus berechtigt, aber in dem ganzen Furor dieser Debatte geht dann eine Tatsache völlig unter und das ist etwas, was Aktionärschützer ausgerechnet haben, nämlich, dass die Bezüge der Manager in den DAX-Unternehmen ungefähr 1,5% der Konzerngewinne ausmachen. Das heißt, die eigentliche Frage ist doch, ja wo bleiben denn die anderen 98,5% der Gewinne, die gehen ja an die Kapitaleigner, also an die Aktionäre und an die Besitzer der Unternehmen und dann wäre ja mal interessant zu wissen, okay und wer ist das und wie viel haben die und wieso haben die denn so viele Milliarden, aber das interessiert gar nicht, also 98,5% der Gewinne interessieren gar nicht, stattdessen werfen sich alle auf die Manager und das ist aus meiner Sicht überhaupt gar kein Zufall, denn die Manager sind ja angestellt, die sind ja nicht die Besitzer der Firmen und was da passiert ist sozusagen ein Klassenkampf innerhalb der Angestellten-Schicht, also wir kleine Angestellte ärgern uns darüber, dass andere Angestellte so viel verdienen, aber dass die eigentlich Reichen die Besitzer der Firmen sind, das entgeht uns dann in diesem Kampf eigentlich komplett. Also ich bin trotzdem der Meinung, dass man die Manager-Gehälter begrenzt und so weiter, nicht, dass sie mich missverstehen, aber dass man nur über die Manager redet, ist dann eben auch ein bisschen seltsam. Also diese fehlgeleitete Ignoranz der Mittelschicht ist wirklich bequem für die Reichen, ungestört können sie sich arm rechnen, während sich die Mittelschicht für fast reich hält und heraus kommt dann eben jene fatale Allianz, die zu Steuersenkungen führt, von denen nur die Privilegierten etwas haben. Und dann kommt es noch, gibt es noch eine Art vierten Mechanismus, den Sie auch alle kennen, Steuern gelten sowieso als die allerletzte Zumutung. Die Idee ist, was ist in der Mittelschicht weit verbreitet, dass der Staat sowieso nur angeblichen Sozialschmarotzern aus der Unterschicht zugutekommt und dann, wenn man erstmal da ist und denkt, der Staat kümmert sich eigentlich sowieso nur um Hartz-IV-Empfänger, dann kann man ja natürlich auch die Steuern streichen und dann ist es auch egal, was die Spitzenverdiener dabei sparen, Hauptsache ich selbst habe auch 50 Euro mehr. So, das ist so ungefähr der Selbstbetrug der Mittelschicht. Jetzt ist natürlich die Frage, welche Folgen hat das? Und da gibt es, das ist der Moment, wo man nochmal auf Corona kommen kann, das war ja sozusagen der zweite Teil meines Vortrages, ist, also das haben Sie ja alle mitbekommen, Corona hat viel Geld gekostet, nicht? Der Staat wird ungefähr 400 Milliarden Euro am Ende ausgegeben haben. Das ist meist, das meiste Geld ist direkt in die Wirtschaft gepumpt worden, also entweder dadurch, dass man Kurzarbeitergeld gezahlt hat, dann natürlich die ganzen Gesundheitskosten, also ob das jetzt die Tests waren oder die Schutzkleidung oder die Impfung, das war ja auch alles extrem teuer und dann zum Teil die Kredite an die Unternehmen, darum zu verhindern, dass die alle bankrott gehen. Diese 400 Milliarden musste man ausgeben, also das ist im wahrsten Sinne des Wortes alternativlos und diese 400 Milliarden wird man wahrscheinlich nie zurückzahlen, wäre jedenfalls, fände ich jedenfalls selber gut, wenn man die Schulden nicht tilgt, sondern wenn man das einfach mitschleppt und dann darauf hofft, dass durch Wachstum, dadurch dass die Wirtschaft sich erholt, diese 400 Milliarden einfach an Relevanz verlieren. Aber jetzt wissen Sie ja alle, da muss man ja, dass es nicht nur bei diesen 400 Milliarden bleiben wird, sondern dass ja ganz große Aufgaben auf den Staat zukommen, die Geld kosten. Also ich nenne jetzt nur drei Sachen, aber wahrscheinlich könnte man die Liste noch verlängern. Wir fallen jetzt schon ad hoc noch zwei andere Punkte ein. Also das Erste ist, was bleibend mehr Geld kosten wird, ist der Gesundheitsschutz. Also Corona geht ja nicht wieder weg, sondern Corona bleibt. Also wird man die Leute immer wieder impfen müssen, man braucht immer, man braucht deutlich mehr Schutzausrüstung, als man früher brauchte in den Krankenhäusern und so weiter. Das Zweite, was ja auch aufgefallen ist, man muss Deutschland sehr viel stärker digitalisieren und das fängt bei den Gesundheitsämtern an, aber nicht nur dort, auch die Planungsbehörden und so weiter, alle sind ja eigentlich weit hinterher. Und das Dritte ist der Klimaschutz. Der wird natürlich Milliarden kosten, das muss auch der Staat machen, das bringt nichts zu denken, dass das irgendwann die Unternehmen machen. Und dann gibt es noch, das hat das auf jeden Fall ein Riesenbereich, das Thema Pflege. Also das, so wie das jetzt in den Krankenhäusern und auch in den Altersheimen läuft, geht es gar nicht. Also ich meine, die Geschichten sind unglaublich. Also meine eine Tante von mir, 87, hat jetzt Krebs, wird daran auch sterben, würde ich mal denken. Aber das ist wirklich so, also genau so, wie man es immer hört, dass dann im Krankenhaus tagelang gar nicht auffällt, dass sich eine Wunde bei ihr entzündet hat, bis sie fast gar nicht an ihrem Krebs gestorben wäre, sondern an dieser bakteriellen Infektion. Also und das ist jetzt kein Vorwurf an die Pflegekräfte, aber wenn man da mit zu tun hat, jeder, der damit zu tun hat, kann ja unendliche, unglaubliche Geschichten erzählen. Und das ist eigentlich unendlich peinlich für ein so reiches Land wie Deutschland, dass in der Pflege eigentlich das blanke, also anders kann man das nicht nennen, dass blanke Chaos herrscht. So und das wird aber, wenn man das aber beheben will, dann kostet das auch viel Geld, denn das wird, die Pflegekräfte streiken ja auch gerade und da wird ja sehr deutlich, die streiken gar nicht für mehr Lohn, vielleicht auch mehr Lohn, aber das ist nicht das Zentrale, sondern sie wollen mehr Pflegekräfte sein, so mehr Personal, ich würde sagen, das ist genau richtig, nur das muss, das Geld muss ja irgendwo herkommen. Das heißt, weil ich jetzt schon so lange geredet habe, mache ich es kurz, also das eigentlich Richtige wäre, dass man, das ist auch gar keine Revolution, das wäre nur eine naheliegende Reform, dass man einfach in das Steuersystem zurückkehrt, dass es unter Kohl gab. Ja, wie gesagt, das war ja kein Sozialist, aber da war dann der Spitzensteuersatz bei 53 Prozent, nicht 42 Prozent, man hatte eine Vermögensteuer, man müsste die Erbschaftssteuer reformieren, man hatte Kapitalerträge, die nach Einkommen versteuert wurden und damit wäre man ja schon sehr weit. Das würde wahrscheinlich über den Daumen gepeilt 80 bis 100 Milliarden bringen und man müsste nicht etwas Neues erfinden, sondern man könnte ja einfach sagen, wir kehren in ein System zurück, von dem wir wissen, dass es funktioniert. So, jetzt wissen Sie aber, stattdessen läuft es anders, statt sich zu überlegen, wie kann man noch, wie kann man mehr Geld mobilisieren, um diese Zukunftsaufgaben zu bewältigen, wollen CDU und FDP weitere 30 Milliarden an die Reichen verschenken und ich kann Ihnen sagen, würde ich, dass schon jetzt der Kampf um den Soli verloren ist, also 10 Milliarden werden auf jeden Fall nochmal an die Reichen verschenkt, weil CDU und FDP werden keine Koalition eingehen, keine, wo nicht drinsteht, dass der Soli für die Reichen gestrichen wird. So, also weitere 10 Milliarden verschenkt, Steuererhöhungen sind, werden blockiert werden von der FDP und der CDU und das, obwohl genau diese Politik der Mittelschicht schadet. So, also, oder anders gesagt, das noch mal zum Thema Wahlkampf, es ist eigentlich beim Thema Steuerpolitik relativ egal, wie die Wahl ausgeht. Ja, damit will ich jetzt nicht sagen, gehen Sie nicht wählen oder wählen Sie doch, weil es ist egal, was Sie wählen, aber der Punkt bei der Steuerpolitik ist, das wird in Deutschland oft übersehen und das habe ich ja schon mal gesagt, man kann das aber nicht oft genug wiederholen. In der Steuerpolitik müssen fast immer Bundesrat und Bundestag gemeinsam entscheiden, ob das jetzt die Einkommenssteuer ist, die Unternehmenssteuer ist, die Mehrwertsteuer ist, die großen Steuern, alles immer Bundesrat, Bundestag und Sie wissen auch im Bundesrat, in den Bundesländern sind meistens andere Mehrheiten als im Bundestag. Das heißt, am Ende kann man die Steuern nur verändern, wenn von der CSU bis zur SPD irgendwie alle mitziehen. Das heißt, oder anders gesagt, in aller Härte, Deutschland ist eine Konsensdemokratie und wenn man da irgendwas von Lagerwahlkampf hört, ist das eigentlich Unsinn, weil am Ende müssen immer alle an einem Strang ziehen. Es gibt eine Ausnahme und das ist ausgerechnet der Soli. Der Soli ist eine Bundessteuer, das heißt, der geht nicht an die Länder, das heißt, das kann eine Koalition alleine abschaffen und deswegen bin ich so sicher, dass der Soli fallen wird und eben 10 Milliarden an die Reichen fließen werden, weil CDU und FDP das durchsetzen können. Jetzt, also das ist, jetzt als letztes, und dann höre ich auch tatsächlich auf, der Selbstbetrug der Mittelschicht, dass man also es nicht schafft, als Mittelschicht zu verstehen, dass man Klasseninteressen hat, die man in der Steuerpolitik dann auch ausdrücken muss, ist deswegen tragisch, weil wenn die Mittelschicht sich einig wäre und sagen würde, okay, wir sind hier nicht die Elite, wir sind hier wirklich nur die Angestellten und wir wollen nicht, dass die Reichen entlastet werden, wenn das die Mehrheitsmeinung in der Mittelschicht wäre, dann würde morgen schon alles anders sein. Man müsste gar nichts machen, man müsste nur gemeinsam dieser Meinung sein, denn wie mächtig Umfragen sind, Parteien machen ja jederzeit und ständig Umfragen, um zu gucken, welche Politik bei der Bevölkerung wie ankommt, sieht man an zwei Beispielen, die Sie alle kennen. Das eine war Fukushima, nicht, also der GAU, der Tsunami, Reaktorkatastrophe in Japan, Sie alle waren dabei, innerhalb von einer Woche danach ist Deutschland aus der Atomkraft ausgestiegen, obwohl vorher die Laufzeiten für die Kraftwerke noch verlängert worden waren. Was war passiert? In Umfragen wurde deutlich, dass die Mehrheit der Deutschen die Atomkraft für Wahl entscheidend hält. Also es war so, schon immer war die Mehrheit der Deutschen gegen Atomkraft, aber normalerweise waren andere Themen wichtiger, eben Steuern oder die Bildungspolitik oder sonst was. Aber nach Fukushima war es so, erstens war die Mehrheit dagegen und zweitens war die Mehrheit bereit, entsprechend zu wählen. Das kam aus den Umfragen raus, schwupps, so schnell konnte man gar nicht gucken, war Angela Merkel schon aus der Atomkraft ausgestiegen. So, jetzt kann man natürlich sagen, ja und was soll das Fukushima der Steuerpolitik sein? Das ist ja vielleicht irgendwie so ein bisschen schwierig, aber deswegen noch ein ganz, ganz, ganz harmloses Beispiel, das Sie auch alle kennen. Und zwar gibt es jetzt auch in der CSU eine Frauenquote. Interessanterweise, obwohl die Frauen in der CSU diese Frauenquote gar nicht haben wollten, sondern diese Frauenquote musste erst von Seehofer und dann wurde sie nochmal überarbeitet, von Söder von oben durchgesetzt werden, obwohl unten die Frauen in der CSU die Frauenquote nicht wollten. So, wie kam dieses Wunder zustande? Es ist einfach so, dass natürlich auch Söder und Seehofer ständig die Umfragen lesen und feststellen, dass wenn man als Partei gar keine Frauen irgendwo in Sicht hat, man nicht mehr gewählt wird. Jetzt kriegt man aber Frauen in Sicht ja nur, wenn man eine Quote hat, weil sonst sind da ja keine Frauen im Vorstand, sondern nur Männer. So, und deswegen haben die jetzt auch eine Quote. So, und da hat keine einzige Frau in ganz Bayern hat irgendwie auf der Maximilianstraße demonstriert und gesagt, Frauen in die CSU oder irgend sowas. Das ist von selbst gekommen und jetzt erzählt Söder ja auch in jedem Interview, das er gibt, dass er unbedingt dafür ist, dass Frauen auch in DAX-Vorständen sind. Das sagt er natürlich nur, weil er weiß, dass nicht alle Frauen, aber die Mehrheit der Frauen solche Themen wichtig finden. So, und daran sehen Sie, dass wenn die Mittelschicht mal aufhören würde, sich selber zu betrügen und ihre Klasseninteressen klar hätte, nämlich uns würde es besser gehen, wenn die Reichen ihren fairen Anteil an den Steuern zahlen, ich sage ja nicht, dass die enteignet werden sollen, nicht, die sollen nur so viel zahlen wie der normale Angestellte relativ zum Einkommen, dann würden wir alle in einem besseren Land leben. Ja, vielen Dank. Ja, und jetzt dürfen Sie alles fragen. Herzlichen Dank, Ulrike Herrmann, für diese scharfe Analyse der sozialpolitischen Verdrängungsmechanismen der Mittelschicht, Armutsabwertung, Erfolgsilusion und reichen Paranoia. Bevor wir jetzt gleich zum Gruppengespräch bis Therapie übergehen, können Sie mit dem Mikro gerne auch noch den Platz vorne wechseln und ich würde eine Frage aus dem Chat gleich mal auf die Bühne werfen. Danach gehe ich mit dem Mikrofon auch im Saal rum und es wird auch ein bisschen lichter. Nämlich, ist es nicht ein Denkfehler, die Mittelschicht als ein Subjekt zu sehen? Wer sollen die sozialen Träger der Veränderung sein, wenn es die Mittelschicht nicht sein kann? Also die Frage ist sehr gut. Das ist eine ständige Frage in der Soziologie. Gibt es überhaupt sowas wie Schichten oder Klassen? Oder ist es nicht in Wahrheit so, dass es meinetwegen, also es nicht Schichten gibt, sondern Milieus? Also meinetwegen in der Marketingforschung gibt es zehn verschiedene Milieus und dann ist ein Milieu, sind dann die Leute, die irgendwie Gelsenkirchener Barock in ihrem Wohnzimmer haben, also so diese Schnitzwandschränke und die anderen sind die, die immer Bioläden aufsuchen und das nächste Milieu ist eins, das dann vor allen Dingen BMW fährt und statusorientiert ist und so weiter. Und es stimmt, es gibt diese verschiedenen Milieus, aber wenn man sich das dann mal anguckt, wie die Marktforscher diese Milieus zuordnen, dann stellt man eins fest, diese Milieus hängen am Einkommen. Es gibt kein einziges Milieu, das irgendwie von der Unterschicht bis zur Oberschicht sich durchziehen würde, sondern die Milieus sind nach Schichten sortiert. Und dann gibt es vielleicht noch so kleine Ausfransungen, aber wenn man das sich anguckt, was die Marktforscher da machen, das ist irre, wie aussagekräftig Einkommen ist. So und deswegen würde ich denken, wenn die Leute mal das realisieren würden, wie sehr sie durch das eigene Einkommen geprägt werden, dann ließe sich vielleicht auch mal eine gemeinsame Aktion starten. Was aber stimmt und darüber habe ich ja die ganze Zeit geredet, dass die Leute das permanent damit beschäftigt sind, eigentlich zu verdrängen, in welcher Schicht sie angehören. Sondern sie sind immer damit beschäftigt, sich für die Elite zu halten. Und zwar unabhängig davon, ob sie Gelsenkirchener Barock haben oder Bio-Läden aufsuchen. Das ist ja das Lustige. Ja, wenn ich das richtig seinerzeit verstanden habe, gab es ja mal in der CDU einen Herrn, ich glaube sogar Professor, ich weiß es nicht, Kirchhoff, der mal Kirchhoff, der in den Raum gestellt hatte oder aufgebracht hatte, dass eigentlich, wenn 20 Prozent an jeder an Steuer bezahlen würde, jetzt in jeder Hinsicht, also auch Kapitalerträge und alles, wenn das alles mit 20 Prozent beglichen würde, käme dann man da prima damit hin. Das war zwar jetzt jemand aus der CDU, aber der ist scheinbar dann auch relativ rasch wieder verschwunden oder habe ich das falsch in Erinnerung? Nee, den gab es, das war ein Verfassungsrichter, der dann auch gleichzeitig so als Politikberater dann tätig wurde. Ja genau, für Angela Merkel, das hätte sie fast den Wahlsieg 2005 gekostet. Übrigens, bevor ich weitermache, eine Frage an die ganzen Heimatforscher in Heidelberg, ich war heute auf der Hauptstraße und da gibt es ein Gebäude und da ist so eine große Plakette und da steht, hier hat Kirchhoff natürlich irgendwie im 19. Jahrhundert die Spektralanalyse auf das Weltall angewendet und damit sozusagen die Weltallchemie begründet und da dachte ich, vielleicht ist dieser Kirchhoff hier in Heidelberg ja ein Vorfahrer von diesem, von dem Verfassungsrichter. Weiß das jemand? Nur ein F? Aha, okay. Das pflegt natürlich alles als Argument. Okay, also kein Vorfahr. Gut, ja, aber natürlich würde jetzt, wenn jeder eine Kopfhorschale zahlen würde von 20%, dann würden die Reichen dabei nochmal enorm profitieren, weil es im Augenblick so ist, dazu gibt es auch Untersuchungen, wie viel zahlen die obersten 0,1%, also das reichste Tausendstel, wie viel zahlt das von seinem realen Einkommen an Einkommensteuer und dann kam raus, die zahlen 35%. Die zahlen also nicht den Spitzensteuersatz, der wäre ja bei 42%, sondern sie zahlen 35%. Aber das ist natürlich immer noch mehr als 20%. Also das heißt, das war diese Kirchhoff-Nummer Wahl sozusagen die maximale Idee der Entlastung für die Reichen. Ja? Ja, das stimmt. Also das ist auch immer so eine, also jetzt wird es sehr technisch, aber das ist immer eine beliebte Idee, dass man irgendwie die Beitragsbemessungsgrundlage verbreitert, indem man nicht mehr bei den Gewinnen alles Mögliche gelten machen kann. Nur da wäre ich, das kommt immer wieder als Vorschlag, das ist sozusagen der Bierdeckelvorschlag auch von Friedrich Merz. Alles ganz einfach und dann zahlt jeder 25%. So, das würde überhaupt nicht funktionieren, weil das bei der Bevölkerung auch nicht akzeptiert würde. Weil wenn sie so eine Art, wenn man sich jetzt mal anguckt, warum wird es so kompliziert? Dann liegt das auch an der Bevölkerung selber, die die sogenannte Einzelfallgerechtigkeit haben will. Also blödes Beispiel. Jemand ist Alleinverdiener, ist aber schon geschieden und muss jetzt für seine geschiedene Frau und die zwei Kinder, die er mit der hat, irgendwie was bezahlen. Bei der Bierdeckellösung wäre das so, dass man sagt, weißt du was, dass du noch eine Frau hast, die unterstützen musst und zwei Kinder, das interessiert uns hier nicht. Wir machen das so, dein Verdienst ist 5000 Euro und davon zahlst du die Steuern und was damit noch ist, egal. So und ob du, oder anderer Fall, ob du pendelst oder ob du noch einen zweiten Wohnsitz hast an dem Ort, wo du arbeitest, weil du in Hamburg wohnst und in Heidelberg arbeitest und in Heidelberg noch ein Zimmer hast, uns ganz egal, hier 5000 Euro wird alles versteuert. Das wäre Bierdeckel. Wenn sie das in Deutschland durchführen wollten, da wäre hier Volksaufstand. Die würden alle das Finanzamt stürmen. Ne, das aber in dem Moment, wo man sagt, okay, die unterschiedlichen Lebensumstände der einzelnen Menschen müssen berücksichtigt werden, ist die Lösung Bierdeckel leider dahin. So und dann muss man, hat man immer dieses Problem mit der Gewinnermittlung, aber das hat man, weil die Leute das auch wollen, dass das alles genau ausgerechnet wird, wie das mit ihren Lebensumständen ist. Und dann wird auf den Gewinn, der noch übrig bleibt, diese Progression angewandt. Und wenn man jetzt so sagen würde, man macht eine Kopfhausschale, dann würde das mit dem Bierdeckel trotzdem nicht kommen. Ich habe extra mal, der ist glaube ich inzwischen gestorben, aber es gab doch mal Steuerkons. Erinnern Sie sich an den noch, die Älteren? Und dann als Kirchhoff mit seiner Bierdeckellösung kam, habe ich bei Herrn Konz angerufen, der war damals noch topfit, auch schon so weit in den 70er, aber noch topfit und habe ihn gefragt, ob er jetzt Angst hat, dass er demnächst arbeitslos wird. Und ja, das war ein legendäres Interview in der Taz, weil Herr Konz hat natürlich nur gelacht. Ja, weil der hat nämlich genau gesehen, dass der Punkt für die Steuerberater ist diese Gewinnermittlung. Der Steuersatz ist ja egal für Steuerberater. Es geht immer darum, auf welches Einkommen muss eigentlich überhaupt Steuern gezahlt werden. Und da war Herr Konz ganz gelassen, dass das mit Herrn Kirchhoff auch nicht einfacher wird. Und da hatte er recht, ja. Aber das ist ja dann sowieso nicht gekommen. So und es gibt eben damit, es gibt sehr schöne Studien von der OECD, also von dem Club der Industrieländer, zu dem Thema, wie stark werden unterschiedliche Gruppen in Deutschland belastet. Und da werden auch die Sozialabgaben reingerechnet, also Krankenversicherung, Rentenversicherung und so weiter, weil das in Wahrheit auch Steuern sind. Das heißt zwar Sozialversicherung, aber in Wahrheit sind das auch Steuern. Das will ich jetzt nicht erklären, warum das so ist. Und dann kommt raus, dass in Deutschland Singles mit einem Einkommen von, Bruttoeinkommen von 60.000 Euro, die zahlen in Deutschland am meisten. Und zwar, wenn man alles reinrechnet, zahlen die 60 Prozent von ihrem Einkommen. So, das ist die Belastung von jemandem Single mit 60.000. So, wenn man jetzt Milliardär ist in Deutschland, zahlt man auf sein Einkommen nur 35 Prozent. Das heißt, was Sie hier haben, das ist der Spezialausdruck der OECD für diese Fälle, Deutschland hat ein regressives Steuersystem. Das heißt, je weniger man verdient, desto mehr zahlt man relativ. Also, wobei das natürlich nicht ganz stimmt, weil das ist so eine Art Elefantenbuckel oder Kamelbuckel, weil die Leute, die ganz wenig verdienen, die zahlen ja praktisch keine Einkommenssteuer mehr. Die werden aber, zahlen aber auch nicht nichts. Das wird ja oft immer gedacht, ja, die zahlen gar nichts, weil die zahlen ja die Mehrwertsteuer zum Beispiel. Von der werden sie sehr stark belastet, weil sie alles, und die zahlen ja auch Sozialabgaben. So, und von denen werden sie auch sehr stark belastet. Naja, wie auch immer, die jedenfalls, man kann es rückwärts, seitwärts, vorwärts betrachten, ist es in Deutschland wirklich so, dass die sehr reichen, die Millionäre, die Milliardäre zahlen relativ zu ihrem Einkommen am wenigsten. Und das ist natürlich eigentlich ein Skandal, weil man ja denken würde, es müsste andersrum sein, nicht? Die, die besonders reich sind, müssen auch besonders viel beitragen, weil sie sich das ja leisten können. Aber wie Sie ja wieder merken, jetzt in dem Wahlkampf, ist das eigentlich überhaupt kein Thema. Und die CDU und auch die FDP denken, man kann damit punkten, zu sagen, keine Steuererhöhung. Dass sie eigentlich Steuersenkung wollen, das wird dann so ein bisschen verschwiegen. Ja, also ich bin auch irgendwie fassungslos, warum sich intelligente Leute im Mittelstand, also ich kenne einige, ich habe mit denen gesprochen, die lassen sich so täuschen und ihre Vorstellungen von den Parteiprogrammen bleiben total im Wagen. So nach dem Motto, ja, die Grünen wollen die Steuer erhöhen. Aber welche Steuern und ab welchem Einkommen, zu steuern Einkommen und um wie viel Prozent, das wissen sie nicht. Und wenn ich ihnen das dann sage, sagen sie ja, ach so. Und vor allen Dingen sollen ja die Armen entlastet werden, das ist ja die Idee. Es soll ja von oben, oben soll belastet werden, damit man unten entlasten kann. Das ist ja nicht mal so, dass es eine Steuererhöhung ist. Und die eigentliche Frage ist, warum sind diese Leute, die ja im Beruf einiges leisten und die fit sind, die nicht senil sind, also die absolut, da würde ich meinen, die müssen sich doch mit sowas beschäftigen, mit Politik und mit diesem Programm. Aber es gelingt scheinbar den interessierten Kreisen oder auch den Zeitungen, die Menschen so einzulullen, dass sie sich nur sehr vage damit beschäftigen und sich damit begnügen. Ach, ich habe mir jetzt mal die Zusammenfassung, die die drei Politiker, Baerbock, Scholz und Laschet am Schluss ihrem Triels gemacht haben, die habe ich mir jetzt mal angehört und ich fand jetzt die am sympathischsten und die wähle ich jetzt. Also nach solchen Kriterien zu gehen, das ist absolut erschreckend. Warum ist das so? Also warum im Wagen? Warum so unsachlich? Ja, also ich kann da nur, also ich bin genauso passungslos wie Sie. Und ich habe ja versucht, so Erklärungen abzugeben, also diese Idee, dass man eben auch Teil der Elite ist, dass man, ich glaube, dass es wirklich so ganz großen Widerstand gibt, sich einzugestehen, okay, ich verdiene hier irgendwie in der Mitte, ich bin Mittelmaß und ich werde auch nie Millionär. Das ist ja eine total unattraktive Lebenshaltung zu sagen. Da, wo ich bin, da bleibe ich auch. Oder dass man gar arm sein könnte. Oder dass man arm sein könnte. Ja, die meisten sind ja noch nicht mal arm. Aber einfach zu sagen, ich bin hier einer von 80 Millionen und mehr werde ich auch nie sein als einer von 80 Millionen, das ist irgendwie offenbar für das Selbstwertgefühl nicht attraktiv. Obwohl es die Realität ist. Aber dann stellt man sich lieber sonst was vor. Und ich meine, was ich auch wirklich faszinierend finde, ist ja das Thema Erbschaftssteuer. Denn das ist einfach so, selbst wenn man den Leuten sagt, okay, es gibt einen Freibetrag von einer Million pro Erbe, wenn da drei Kinder sind und eine Ehefrau, dann ist man schon bei vier Millionen. Das verfängt irgendwie nicht. Also ganz offensichtlich denkt jeder Deutsche, dass er mal den Jackpot knackt und 15 Millionen irgendwie ergattert. Und für diese Eventualität muss verhindert werden, dass es eine vernünftige Erbschaftssteuer gibt. Irgendwie so. Also ganz seltsam. Wie groß schätzen Sie Ihren Einfluss auf Frau Baerbock oder beziehungsweise auf das Programm der Grünen? Genau 0 Prozent. Nee, die Frage, danke für die Frage. Also ich bin Parteimitglied, aber das muss man vielleicht auch nochmal erklären. Also ich bin da Karteileiche. Also oft ist es so, dass Leute dann denken, wenn Sie hören, ich bin Parteimitglied, dass sie dann denken, ich werde demnächst Bundeskanzlerin. So ist es nicht. Also oder Finanzministerin oder so. Nee, ich habe da überhaupt keinen Einfluss. Ich habe auch noch niemals in meinem Leben mit Annalena Baerbock ein Wort gewechselt. Ich habe die noch nie getroffen. Also Sie müssen sich das so vorstellen, ich bin von, ich weiß nicht, jetzt haben die Grünen wahrscheinlich so 120.000 Mitglieder oder so. Also ich bin eine von 120.000, ganz hinten. Sie gucken irgendwie so skeptisch. Aber es ist so, dass ich so ist das. Ja, zunächst mal vielen Dank für Ihre Ausführungen und also für Ihre augenöffnenden Bemerkungen und so weiter. Und das ist nämlich jetzt auch genau mein Punkt. Und ich finde auch, ehrlich gesagt, Ihre Erklärungen greifen für mich nicht ganz mit dem Selbstbedruck der Mittelschicht. Ich finde es zum Teil nachvollziehbar. Ich finde es aber überhaupt nicht hinreichend. Und zwei Sachen. Das eine ist, mir fehlt irgendwie sowas wie ein Framing. Das heißt, dass die Mittelschicht, dass die als eine, selbst wenn sie schwer definierbar ist, als Entität wahrgenommen wird. Und das zweite ist, wenn das so ein großes Argument wäre, eine Wahl zu gewinnen und die Parteien danach zu gieren, danach diese Stimmen zu erhalten. Erstens, warum greifen die Medien das nicht auf? Zweitens, warum greift es keine Partei auf wie die SPD oder die Grünen? Wenn das thematisiert würde, könnte das doch einen unglaublichen Zulauf erreichen. Weil zum Beispiel, wenn ich jetzt mich nehme, ich bin Akademiker, aber alles, was ich jetzt, aber als ich ihr Buch gelesen habe, Hurra, wir dürfen zahlen, sind mir die Augen ausgefallen. Und das habe ich gelesen als, sagen wir mal, als 40-Jähriger. Und warum habe ich das vorher nicht mitbekommen? Ja, also die, also Medienparteien, also das Framing, also dazu hatte ich, glaube ich, schon was gesagt. Das kann man jetzt so oder anders sehen. Also in der Realität ist es so, da haben Sie völlig recht. Die Leute nehmen sich wahr, als jemand, der, das hatten wir ja schon, irgendwie Bio-Gemüse kauft und andere nehmen sich wahr, als jemand, der irgendwie Tango tanzt und so. Und die Leute nehmen sich wahr über ihre Hobbys und ihre Fähigkeiten und so. Und dass man ein gemeinsames Einkommen haben könnte und irgendwie gemeinsam in einer Schicht sitzt, das spielt tatsächlich nicht so eine Rolle. Da gebe ich Ihnen absolut recht. Aber das ist natürlich interessant, weil gleichzeitig ist ja jeder damit jeden Monat konfrontiert, dass er erstens Geld einnimmt und zweitens Geld zahlen muss. Und dass andere offenbar reicher sind. Und dass das ständig ausgeblendet wird, ist ein Phänomen, aber das ist die Realität. So, jetzt die zweite Frage. Warum spielen Steuern nicht eine größere Rolle? Das hatte der Herr ja auch schon gesagt. Also die Grünen haben ein wirklich ausgefeiltes Steuerkonzept. Also da kann man auch als Fachfrau nichts dran meckern, in dem Sinne, dass genau erklärt ist, ab welcher Schwelle wer wie viel zahlen soll und wer wo entlastet wird. Also es ist komplett von oben bis unten durchgerechnet. So, jetzt ist aber ja der interessante Punkt, das spielt, wie Sie ja selber sagen und völlig zu Recht, im Wahlkampf keine Rolle. Ich habe alle drei Triels gesehen, aber irgendwie jetzt, dass Annalena Baerbock mal erklärt hätte, dass wie viel man zusätzlich zahlen muss, wenn man als Alleinverdienender 70.000 Euro verdient oder so, das hat man nirgendwo gehört. Was? Ja, das schon, aber das ist mal, genau. Aber nee, nee, ist ja auch gar nicht jetzt als Vorwurf gemeint, sondern diese ganzen Steuern-Themen haben in diesen Triels eigentlich nur am Rande eine Rolle gespielt und das liegt daran, dass die Medien wiederum vermuten, dass das auch die Zuschauer nicht wirklich interessiert und dass die dann abschalten würden. Das ist eine reale Bedrohung für jeden Sender, dass wenn man damit anfängt und das ist auch bei den Journalisten so, dass die meisten Parlamentsjournalisten, also die, die über die Parteien berichten, in allen Zeitungen, haben keine Ahnung, und das ist keine Übertreibung, keine Ahnung, was in den Parteiprogrammen steht. Ja, und haben Angst davor, sich mit der Steuer, mit dem Steuerkapitel zu beschäftigen, weil sie dann denken, das kapiere ich sowieso nicht. Also das, ja, das ist, ich meine, ich habe diesen Vortrag gehalten, nicht weil ich eine Lösung habe, sondern weil ich eine Frage habe. Also ich fasse es nicht. Also das, was ich, wie kann das sein, dass eine, die Mittelschicht, also egal, ob sie sich jetzt so wahrnimmt oder nicht, oder anders gesagt, wie kann es sein, dass Angestellte, wenn man jetzt mal das mit der Mittelschicht weglassen will, also Angestellte, weil jeder weiß, was ein Angestellter ist, warum die Angestellten permanent gegen ihre eigenen Interessen wählen. Ich habe versucht, das zu erklären. Wenn Sie sagen, jetzt kann ich verstehen, Ihre Erklärung leuchtet mir nicht ein, dann ist meine Frage an Sie, ja, wie erklären Sie sich das denn? Denn es ist, das ist ja ein Phänomen. Ja, jetzt kommen Vorschläge. Ja, in dem Sinne ist meine Frage eher ein Lösungsversuch. Achso. Also Ihre Lösung habe ich jetzt aber noch nicht gehört, aber vielleicht war ich jetzt. Vielleicht drei Momente. Erstes Moment, die Zwangsabgabe Ost, die Sie so süffisant als Soli bezeichnen, sollte man so nennen, wie sie auch ist. Und ich wünsche mir, dass es ja vielleicht auch so eine Zwangsabgabe Corona gibt. Also das ist ein Moment, weil die Zeche muss bezahlt werden. Zweites Moment ist, ich betreibe auch aktiv, sage ich mal, Wahlkampf. Ich unterhalte mich mit Leuten. Ich versuche rauszufinden, was denn ihre Interessen ist und versuche dann auch zu sagen, Mensch, sagt mal, dann betätige ich doch den Wahl-O-Mat. Und dann sagen mir viele, das mache ich auch, aber da kommt immer was anderes raus, als was ich eigentlich wähle. Also wirklich, was Sie gesagt haben. Wieder den Interessen. Die ersten beiden Parteien, die genannt werden, sind die, die ich eigentlich nicht mag und die wähle ich zum Teil auch nicht. Oder eine davon mag ich ganz bestimmt nicht, die andere ja, aber ich wähle eigentlich ganz anders. Je älter die Menschen sind, rede, dann wählen sie völlig wieder dem, wenn sie sich mit dem Wahl-O-Mat beschäftigt haben, was sie dann tun. Das zweite Moment nochmal, ich versuche, und das ist ganz schön anstrengend, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, an so drei oder fünf Punkten. Jetzt oute ich mich, bin bei der IG Metall beschäftigt, zwar nicht hier, sondern in Schwäbisch Hall. Ich muss nicht mehr arbeiten, bin in der komfortablen Situation der Altersteilzeit, habe viel Zeit, jetzt auch im Wahlkampf, aber ich versuche rauszufinden an bestimmten Interessen, meinetwegen fünf Hauptfragen. Und das ist ganz schön schwierig, dass die Leute darauf stehen bleiben und mit einem darüber reden wollen, weil vielleicht kann man anhand dieser Interessen dann anknüpfen und sagen, warum handelst du wieder deinen Interessen? Unabhängig, sage ich mal, vielleicht welchem Schicht, welcher Milieu oder welcher Klasse jemand angehört. Danke. Großer Schock. Achso, alles klar. Also, ein wichtiger Aspekt, der mir fehlt, einen, den Sie sehr gut kennen, das ist der wirtschaftspolitisch-theoretische Aspekt. Also Stichwort, es gibt nur eine Wirtschaftstheorie und das ist die moderne. Also so ähnlich hat es der Schröder ja mal formuliert. Man hat so getan und das nannte man oder nennt man gerne Neoliberalismus, als gäbe es nur einen Weg, Wirtschaftspolitik zu betreiben und auch zu konzeptualisieren. Und ich glaube, dass das immer noch stark in den Köpfen ist, also die Trickle-Down-Theorie oder so. Wenn wir Söder hören oder Laschet oder wie sie alle heißen, dann sagen die das doch dauernd. Wir müssen Unternehmer entlasten und so weiter und so fort, damit das dann beim Normalvolk ankommt. Also so Thatcherismus, Trickle-Down, ich glaube, da hat sich überhaupt nichts geändert in den Köpfen der Leute. Und das könnte man dann natürlich Verblendung nennen. Und da haben Sie auch schon drüber geschrieben, an Universitäten wird ja auch kaum was anderes gelehrt in der Wirtschaftswissenschaft. Und das bedeutet dann ja auch gleichzeitig Politikberatung. Also könnten Sie da noch was dazu sagen? Wollen Sie sammeln? Ja, noch eine Frage, ja. Okay. Sie haben ja über diese drei Punkte gesprochen. Also irgendwie diesen ersten mit dem Gefühl von oben herab, wo Sie meinten, okay, das wäre eigentlich gar nicht rational begründbar. Und dann diesen zweiten Punkt mit dem Bildung, was eigentlich nicht mit den Reallöhnen übereinstimmt und diesen dritten Punkt mit dem, ah ja genau, dass die reichen, dass wir das nicht so ganz definieren können, was das eigentlich ist. Und das scheinen mir jetzt zumindest so drei Punkte zu sein, die ja, wenn man ihrem Vortrag folgt, irgendwie nach eineinhalb Stunden irgendwie klar sein könnten. Also man denkt darüber nach, man bringt sich in Reflexion irgendwie hinein und könnte es dann verinnerlichen. Und jetzt ist meine Frage, oder zwei, ist es wirklich dann so leicht? Also können wir, würden wir 95 Prozent der Gesellschaft einfach eineinhalb Stunden diesem Vortrag folgen lassen, dann wird es auch jeder verinnerlichen? Und wenn ja, was sind denn Ihre Lösungen oder was ist Ihr Vorschlag? Also wie kann man damit umgehen quasi mit dieser Selbstbildung? Ja, wie gesagt. Also ja, vielen Dank für die Fragen. Also vielleicht fange ich nochmal an mit dem Soli. Also der Soli klingt zwar so, als wäre das eine Solidaritätszulage wegen des Ostens. Das ist er aber schon seit 1995 nicht mehr. Sondern der Soli ist immer in den allgemeinen Haushalt geflossen und hat mit dem Osten nichts zu tun. Das konnte man auch klar sehen. Am Ende sind noch zwei Milliarden in den Osten geflossen im Rahmen dieser Solitar-Pakt II und was es da gab. Aber der Soli selbst hat, als es ihn noch in ganzer Schönheit gab, 20 Milliarden gebracht. Das heißt, das ist völlig klar und auch völlig unbestritten, dass der Soli einfach eine Zusatzabgabe auf die Einkommenssteuer ist von 5,5 Prozent. Eine allgemeine Steuer eigentlich. Und da das ja abhängig ist von der Einkommenssteuer, wie hoch dann diese 5,5 Prozent sind, führt das automatisch dazu, dass die hohen Einkommen am stärksten belastet waren. Also das war die einzige wirklich progressive Steuer, die wir noch hatten, abgesehen von der Einkommenssteuer. Aber man muss natürlich sagen, dass Sie völlig recht haben, dass bei der Mehrheit der Bevölkerung immer noch der Eindruck herrscht, das hat irgendwas mit dem Osten zu tun. Dann wird gesagt, ja, jetzt ist das 30 Jahre her mit der Einheit. Das ist doch Quatsch, dass wir diesen Solidaritätszuschlag noch erheben und das leuchtet allen ein und dann werden eben faktisch die Reichen entlastet. Was das nur heißt, also auf diese ganzen Details wollte ich eigentlich nicht eingehen, aber eigentlich sind sie wichtig. Das zeigt nur, wie, wie, wie schlecht die rot-grüne Steuerreform gemacht war. Also wenn man schon sagt, man will die Reichen entlastet, dann hätte man wenigstens den Soli in diese Progression einreihen müssen, damit man eben und ihn sozusagen zu einer normalen Einkommenssteuer machen müssen, damit man dann verhindert, dass er hinterher auch noch abgeschafft wird nach dem Motto, die DDR ist doch jetzt inzwischen reich und braucht das nicht mehr. Also diese rot-grüne Steuerreform, ich will das gar nicht vertiefen, ist die größte Katastrophe in der Sozialpolitik nach dem Zweiten Weltkrieg. Man kann wirklich sagen, und das sage ich als Bundesparteimitglied, keine Regierung war so furchtbar wie das Kabinett Schröder. Also da sind ja auch Riester-Rente und so, da sind nur Fehler gemacht worden in der Steuer- und Sozialpolitik. Und dazu gehört eben auch, dass man den Soli sozusagen da ins Schaufenster gestellt hat, dafür, dass er dann auch noch abgeschafft wird. So jetzt Zwangsabgabe Corona. Ja, das kann man machen, aber ich wäre eigentlich dafür, dass man die Steuern einfach normal erhöht. Aber Sie haben recht, das kann man wahrscheinlich nur unter diesem Label durchsetzen. Ja, ja, genau. Und dann hatten Sie Valomat, ja das stimmt, das zeigt ja nur, wie stark der Selbstbetrug ist, dass die Leute dann immer die falsche Partei wählen. Dann haben Sie gesagt, neoliberale Theorie, stimmt, die ist sehr dominant. Also wer sich interessiert für die Theoriegeschichte in der Volkswirtschaftslehre, der kann mein Buch da kaufen, wieder kein Kapitalismus ist auch keine Lösung und was wir von Adam Smith, Karl Marx und Keynes lernen können. Also es stimmt, dass diese, das ist tragisch, dass alle großen Lehrstühle in Deutschland, alle, alle wichtigen Lehrstühle in Deutschland sind von sogenannten Neoklassikern besetzt in der Volkswirtschaftslehre. Das ist das, was Sie als neoliberal kennen. Das ist eine absolute Dominanz, die dominieren alle Beratergremien, ob das bei der Bundesbank ist, bei der EZB ist, im Wirtschaftsministerium, für die Bundesregierung, überall dominieren die Neoliberalen. Aber trotzdem glaube ich, und diese Theorie ist völlig falsch, denn der Kern ist immer, kommt eine Krise, müssen die Löhne runter. Nach dem Motto, die Löhne sind ja nur Kosten, was aber nicht stimmt, denn die Löhne sind ja auch Nachfrage. Mit den Löhnen wird eingekauft, wenn man die Kosten, die Löhne senkt, hat man weniger Nachfrage und die Krise wird schlimmer. Aber das können sich Neoliberale nicht vorstellen. Also die Theorie ist falsch, das kann man auch theoretisch mühelos nachweisen. Aber ich glaube trotzdem, dass es zu einfach wäre, jetzt nur zu sagen, ja, wir in diesem ganzen Schlamassel sitzen wir jetzt, dass die Reichen entlastet werden und die Mittelschicht eigentlich zahlt, nur weil wir die falsche Theorie am Start haben. Sondern die neoliberale Theorie hat den ganz großen Vorteil, dass sie zwar falsch ist, aber an das normale Empfinden der Leute andockt. Also die Leute finden sich da wieder. Zum Beispiel kennen Sie alle, also ich als Familie darf mich nicht verschulden oder muss meine Schulden zurückzahlen. Ja, wieso kann denn dann der Staat sich verschulden? Das muss doch auch alles zurückzahlen. Dass der Staat gar kein Unternehmen ist und sondern das Gegenüber der Wirtschaft und kein Teil der Wirtschaft, das können die sich gar nicht vorstellen. Oder eben, dass wenn Krise ist, also wenn es einem schlecht geht als Haushalt, dann muss man ja sparen. Dann ist die Idee, okay, wir haben Krise und jetzt muss der Staat auch sparen, völlig falsch, aber ist irgendwie naheliegend. Und also dadurch, dass das die neoliberale Theorie in vielen Punkten so intuitiv einleuchtend ist, nach dem Motto, ist bei mir zu Hause in der Familie auch so, hat die diese Wucht. Und das macht die Sache natürlich schwierig. Und da hatten Sie noch gefragt, das finde ich ja schön, dass Sie sagen, wenn man mir zuhört, dann ist hinterher alles ganz klar. Das hatte ich natürlich auch gehofft. Ja, jetzt war ja Ihre Frage. Und was passiert dann? Ja, also ich, also ja, jetzt kann ich nur aus meinem eigenen Leben berichten. Also ich bin jetzt 57 und als ich das Buch Selbstbedruck der Mittelschicht geschrieben habe, war ich 47. So. Und damals dachte ich noch, und im Rückblick staune ich über mich selbst nicht, aber ich habe es mir wirklich so vorgestellt. Also ich halte Vorträge und dann wird die Welt anders. So. Und davon bin ich total abgekommen. Ja, aber ich, ja, ist ja nett, dass Sie da mir so viel Zuspruch geben, aber irgendwie glaube ich nicht wirklich daran, dass ich die Welt noch ändern kann. Also ich kann da nur sagen, wie ich sie sehe. Mehr kann ich nicht machen. Ich hätte jetzt noch drei Fragen aus dem Publikum, die würde ich jetzt sammeln. Und vier, die nehme ich noch mit. Vier Fragen. Und dann habe ich noch und ähnlich noch mit dem Chat, da gucke ich auch noch mal drauf. Und dann glaube ich. Ja, aber sind auch schon alle ganz müde. Genau. Bitteschön. Wir sammeln einfach mal. Ich schreibe mal mit. Also ich bewundere maßlos Ihren Durchblick auf Ihrem Spezialgebiet. Wirklich beeindruckend. Ich wusste nicht, was Ihr Spezialgebiet ist und muss jetzt sagen, ja, da ich das nicht wusste, bin ich enttäuscht. Und zwar ganz kurz, mich stört, dass diese Mittelschicht, von der Sie die ganze Zeit reden, angeblich sich nur auf Geld und durch Geld, durch Besitz und sowas alles definiert. Ich habe eine ganz andere und nicht nur ich, eine ganz andere Definition von Mittelschicht. Aber ich gebe zu, ich hätte mich informieren müssen. Nee, aber sagen Sie doch mal, was Ihre Definition ist. Das würde mich jetzt nochmal interessieren. Was ist denn Ihre Definition? Womit die Leute, die der Mittelschicht angehören, woraus die ihr Selbstbewusstsein beziehen, womit sie ihre Freizeit verbringen und so weiter. Ich will Sie nicht mit diesem Quatsch aufhalten, denn Sie haben ja ein ganz anderes Thema. Ich musste es bloß irgendwie loswerden. Nee, das ist ja völlig okay. Also das war ja jetzt auch schon die ganze Zeit so das Thema, die Frage, wie man Mittelschicht eigentlich definiert und ob das geht, dass man sagt, das Zentrum ist eigentlich letztlich das Einkommen und die Tatsache, dass man angestellt ist. Und dann sagen Sie, nee, ist nicht. Wichtig ist das eigene Hobby oder was immer. Eine Mittelschicht. Nee, Sie reden für sich, aber Sie gehören ja auch dazu. Nicht nur, nee, aber so und für Ihre Freundin. Ja, ich will das auch gar nicht abstreiten. Also ja, danke für, nein, es ist wichtig, dass Sie das gesagt haben. Gegen den Selbstbetrug der Mittelschicht würden ja Zahlen helfen. Und ich fände es total schön, wenn Sie mal sagen, die 60 Prozent Mittelschicht, bei welchem Jahreseinkommen in Euro fangen die denn an, nach unten? Und bei welchem Jahreseinkommen hören die denn auf, nach oben? Damit man weiß, ob man nun dazu gehört oder nicht. Ja, also ich kann das Ihnen für das Jahr 2014 sagen. Wir müssen Sie natürlich ein bisschen hochrechnen, weil es ja auch Inflation gab und so weiter. Also das wird immer gerechnet, natürlich abhängig davon, ob man jetzt Single ist oder eine Familie oder so. Da muss man ja unterschiedlich viel verdienen. Also ein Single 2014 gehörte zur Mittelschicht, wenn er zwischen 1410 und 2640 Euro netto im Monat zur Verfügung hat. So, was da wichtig ist, da werden, wenn Sie jetzt Weihnachtsgeld haben, Urlaubsgeld und so weiter, wird das umgerechnet. Das wird also immer so getan, als wird Ihr Jahreseinkommen durch 12 geteilt, damit das vergleichbar ist. Weil es gibt ja Leute, die haben 14 Monatsgehälter, andere haben irgendwie 13 oder sonst was. So, jetzt führt also und bei einer Familie mit zwei kleinen Kindern wäre das so gewesen, das war jetzt wie gesagt 2014, zwischen 2950 und 5540 Euro netto im Monat. So und jetzt habe ich auch bei Ihnen schon Unruhe gemerkt und das ist ganz typisch. Also wenn Singles hören, dass sie mit, wenn sie mehr als 2640 Euro netto im Monat haben, dass sie dann schon Oberschicht sind und nicht mehr Mittelschicht, dann sind die immer vom Donner gerührt. So nach dem Motto, das ist doch gar nicht viel und dann bin ich schon Oberschicht und dann fragen die sich immer, was das denn für eine schwachsinnige Statistik ist. Aber das ist eben gar keine, das ist letztlich gar keine, gar kein Fehler der Statistik, sondern was sich dahinter verwirkt, ist eigentlich eine logische Konsequenz. Also je reicher die Reichen sind, desto weniger gehört eigentlich dazu, zu den Reichen zu gehören. Das geht also nach dem Medianeinkommen, also die Leute werden alle aufgereiht und dann wird geguckt nach dem Einkommen und dann wird geguckt, wie viel der mit genau in der Mitte hat. Und dann wird eben noch 50 Prozent nach oben und 50 Prozent nach unten dazugerechnet oder abgerechnet und das ist dann die Mittelschicht. So und wenn ganz viele Leute ganz wenig haben, also ein riesiger Niedriglohnsektor da ist, dann braucht man eigentlich nicht viel, um schon in der Oberschicht zu landen. Also und das, aber natürlich kann ich das immer verstehen, dass dann alle denken, hä, ich bin schon Oberschicht. Also oder anders gesagt, ganz viele Akademiker machen sich gar nicht klar, was für ein Privileg es ist. Also nicht jeder Akademiker verdient viel, aber viele Akademiker verdienen dann doch ganz gut, was für ein Privileg das ist, als Akademiker auf dem Arbeitsmarkt unterwegs zu sein. Also Akademiker haben alle das Gefühl, dass sie Mittelschicht sind, aber viele reflektieren eben nicht, dass zum Beispiel, als ich Abitur gemacht habe, ich wollte schon 1800, 1983, also das ist jetzt auch nicht so lange her, aber doch schon ganze Zeit, da war es in Hamburg so. Und ich meine, Hamburg ist ja jetzt nicht Klein-Kleckersdorf, sondern eine Großstadt, aber da war es 1983 immer noch so, dass nur 20 Prozent eines Jahrgangs Abitur gemacht haben. Das heißt, für die meisten von uns, die hier sitzen, nicht alle, aber viele sind ja dann doch auch irgendwie mein Alter, bei uns war das ein Privileg, überhaupt aufs Gymnasium zu gehen und zu studieren. Und dieses Privileg setzt sich dann auch in Einkommen um, nicht bei allen, aber bei vielen. Aber das kriegen Akademiker gar nicht mit, dass sie eigentlich Oberschicht sind oder sehr häufig, sondern jeder Akademiker ist felsenfest davon überzeugt, dass er auf jeden Fall Mittelschicht ist, weil man eben gar nicht mitbekommt, wie viele Menschen unendlich wenig in Deutschland verdienen. Und dadurch rutscht aber sozusagen die Definition der Mittelschicht eigentlich dann so weiter nach unten. Und die Akademiker wundern sich immer, dass sie da gar nicht mehr zugehören. Aber das zeigt ja nur, wie dramatisch die Lage ist oder anders gesagt, das muss man ganz ernst nehmen, dass 70 Prozent der Bevölkerung nur 9 Prozent des Volksvermögens haben. Da sieht man ja an dieser Zahl, dass bei der Mittelschicht, bei der echten Mittelschicht nicht viel los ist. Zu diesem Thema möchte ich noch zwei, drei Punkte anmerken und vielleicht auch als Fragen stellen. Also die Fokussierung auf Einkommen finde ich sehr schwierig. Also die Punkte, die Sie vorher erwähnt haben, was Vermögen angeht und gerade was Kapitalertragssteuer angeht, die früher ein ähnliches Niveau hatte wie die Einkommenssteuer, sind da meiner Ansicht nach der viel größere Hebel. Wir leben nun mal in einem kapitalistischen System, wo eben sich das Kapital akkumuliert, bei dem der es hat. Und wenn das der Staat eben nicht macht, wie es eben die skandinavischen Länder machen, dann wird das eben, wie Sie es auch erwähnt haben, diese Gewinne und dieses ganze Kapital fließt dann halt zu denen, denen es gehört. Und das dann am Einkommen alles, die ganze Gerechtigkeitsdebatte und alles und die Verteilung und die Umverteilungsversuche am Einkommen festzumachen, halte ich für schwierig. Das ist auch so eine Art Armutszeugnis des Staates und der Regierung, eben das Vermögen nicht ausreichend und hinreichend messen zu können. Bestes Beispiel ist, selbst als gut verdienender Akademiker kann man sich hier keine Wohnung leisten in Heidelberg. Und es können sich aber Tausende, Tausende, die leisten, die sich hier eine Wohnung kaufen. Und das hat nichts mit dem Einkommen zu tun, sondern das hat mit dem Vermögen zu tun. Und da ist eben, ja jetzt schweife ich ein bisschen ab und ich möchte das jetzt auch nicht zu sehr in Generaldebatte abschweifen lassen. Aber ich persönlich empfinde diese Hebel als sehr viel signifikanter, was Vermögensverteilung, Gerechtigkeit angeht in Deutschland, als jetzt nur das Einkommen und nur dieser Spitzensteuersatz. Ja, also Sie haben natürlich recht, das Vermögen, also vor allen Dingen je länger der Kapitalismus wehrt, also nicht, dass Sie denken, ich sei Kapitalismuskritikerin, ich finde das System super, weil es das erste Sozialsystem ist, das die Menschheit erfunden hat, das Wohlstand erzeugt. Also ich bin jetzt nicht gegen den Kapitalismus, aber je länger der natürlich wehrt, desto mehr versammelt sich natürlich das Kapital bei wenigen Familien. Also das Vermögen wird immer konzentrierter, da haben Sie völlig recht. Und ich bin auch überhaupt nicht gegen eine Vermögenssteuer, das sollte jetzt gar nicht so klingen. Und ich wäre natürlich dafür, das habe ich ja auch angesprochen, dass man die Kapitalertragssteuer nicht so gestaltet wie jetzt, dass man irgendwie 25 Prozent zahlt, egal wie viel man eigentlich da an Kapitalerträgen einsammelt. Trotzdem glaube ich, also wie gesagt, ich bin überhaupt nicht gegen eine Vermögensbesteuerung, aber ich glaube, dass Sie die Einkommenssteuer in ihrer symbolischen Wirkung unterschätzen. Das hat man nämlich auch in vielen Studien herausgefunden, dass es so ist, dass wenn die Einkommenssteuer hoch ist, automatisch zum Beispiel die Gehälter der Manager gar nicht mehr so stark steigen, weil gesellschaftlich klar ist, dass die Gesellschaft findet, dass alle ungefähr das Gleiche haben sollten. Das heißt ja nicht, dass es gar keine Unterschiede mehr gibt, aber dass die Unterschiede relativ klein sein sollen. Also zum Beispiel in den 50ern in Amerika war ja der Abstand zwischen dem Managergehalt und dem Durchschnittsgehalt 1 zu 20. Das ist auch noch viel, aber es ist nicht das Gleiche wie 1 zu 400 oder so, was es ja inzwischen gibt. So und das kriegt man hin durch hohe Steuern, weil dann für alle klar ist, okay, die Gesellschaft will, dass man mehr oder minder zusammenbleibt. Und deswegen ist das nicht beliebig oder banal. Oder anders gesagt, es gibt so einen Kreisverkehr in dem Moment, wo die Steuern für die Reichen sinken, lohnt es sich auch mehr Einkommen als Reicher zu haben und dann wird die Gier sozusagen auch größer. Also es ist kein Zufall, dass die Managergehälter oder auch die Shareholder Values ab 1980 so nach oben gehen, genau in dem Moment, als auch die Steuern sinken. Das hängt zusammen, weil das eben letztlich sind das ja soziale Phänomene und auch Reiche sind Teil der Gesellschaft und reagieren auf das, was in der Gesellschaft die Norm ist. Irgendwas wollte ich noch sagen, habe ich jetzt aber vergessen. Das ist auch egal, ja. Hat sich erledigt. Dann, ich gucke noch mal wenigstens in den Chat, ob wir noch eine Chatfrage, ob wir noch was haben. Wir wollen ja fair bleiben. Moment, Moment. Achso, ich wollte noch was zu den Immobilien sagen. Ja. Genau, Heidelberg und die Wohnungsnot. Also ich kann ja schon mal was sagen, wenn der Chat noch betrachtet wird. Also ich glaube, dass das, was Sie da ansprechen, dass also Normalverdiener und auch Akademiker sich gar keine Wohnung mehr leisten können, tatsächlich ein enormes Problem ist. Und der Witz ist ja aber, wenn man sich jetzt den gesamten Immobilienbestand in Deutschland anguckt, dann ist es so, es gibt genug Wohnungen. Es gibt sogar zu viel Wohnungen. Es wird mehr gebaut, als naheliegender Weise überhaupt bewohnt werden kann. Das ist natürlich auch ein Umweltproblem. Also darüber haben wir heute ja nicht geredet, aber Klimaschutz ist zentral. Zement emittiert CO2 ohne Ende. Also eigentlich müssten wir sofort aufhören, überhaupt zu bauen. Ja, genau, aber wo soll das Holz herkommen? Ganz im Ernst, also die Wälder sterben ja wahrscheinlich alle durch die Erderwärmung. Also diese Nummer, dann bauen wir mit Holz, funktioniert nicht. Also eigentlich müsste man sofort aufhören zu bauen. Im Ernst. Wenn man den Klimaschutz ernst nehmen würde, dann wäre das zu Ende hier mit der Bauindustrie. Aber der Punkt ist ja, es gibt eigentlich genug Wohnraum, nicht immer vielleicht an der richtigen Stelle. Aber ganz oft ist das Problem ja auch, dass Wohnraum spekulativ genutzt wird. Also ich weiß nicht, wie das hier in Heidelberg ist, aber in Berlin stehen viele Wohnungen leer. So nach dem Motto, die werden sozusagen zur Wertsteigerung schon mal gekauft. Achso, und die wohnen auch drin, ja? Ja. Genau, also Sie würden aber zumindest sagen, die Wohnungen, die es in Heidelberg gibt, sind auch objektiv bewohnt. Also in Berlin gibt es erstaunlich viele Wohnungen, die nicht bewohnt sind. Ja. Und da würde ich mal als allererstes sagen, dass man erzwingen muss, dass jede Wohnung, die es gibt, vermietet wird. Und zwar so, wenn die nicht vermietet ist, dann fallen da solche Steuern an, dass dieser Unsinn sofort aufhört. So, und das nächste wäre natürlich, dass ganz prinzipiell, muss man wahrscheinlich, weil die Menschen sind ja erpressbar. Also man kann ja nicht, man kann sich ja nicht überlegen, ganz, also einfach so nach Daffke, wo will ich wohnen, sondern man muss ja da wohnen, wo die Arbeitsplätze sind oder die eigene Arbeit. Und dadurch sind ja die Mieter prinzipiell erpressbar. Und wenn man feststellt, dass Kunden erpressbar sind, dann heißt das nur eins, nämlich, dass der Markt nicht funktioniert. Und deswegen kann man eigentlich rein analytisch schon klar sehen, dass der Wohnungsmarkt kein Markt ist und dass der Staat da reingehen muss. Also das alles, also ob das jetzt Genossenschaften sind, kommunaler Wohnungsbau, sozialer Wohnungsbau, wie man das genau macht, das ist dann eine Frage. Aber zu denken, man könnte den Wohnungsmarkt allein der privaten Initiative überlassen, ist abwegig. Ja, wie versprochen, wir haben im Chat begonnen. Jetzt enden wir mit einer Frage per Mail, die ist auch noch passend, nochmal ein bisschen mit Blick auf die wahlkämpferischen Umstände. Frage kam, wie gesagt, per Mail. Frau Herrmann, wie bewerten Sie das Schleichen um soziale Themen, sobald es um konkrete Konsequenzen geht? Es wirkt, als hätten alle Parteien Angst, in die sozialistische Ecke gestellt zu werden. Wie lässt sich Ihrer Meinung nach eine neue demokratische Form möglichst sozialer Politik labeln, damit sich die Politik wieder traut, an sie rantraut? Ja, da muss man jetzt mal sagen, also ich weiß nicht genau, ob das die Frage ist, aber dass aus meiner Sicht die Linkspartei wirklich einen absoluten strategischen Flop geleistet hat mit ihrem jetzigen Programm. Also und zwar, ich weiß nicht, ob Sie schon mal das Steuerprogramm der Linken gelesen haben. Also das ist ungefähr so. Also es gibt eine Vermögensabgabe, wenn man über 50 Millionen hat, nicht? Also das ist natürlich sehr viel, aber dann gibt es eine Vermögensabgabe von 5 Prozent, eine Vermögenssteuer von 1,5 Prozent, dann gibt es eine Einkommenssteuer von 75 Prozent und so weiter. Das heißt, es ist eine extreme Umverteilung, das kann man ja wollen, aber das muss einem klar sein, das ist extreme Umverteilung. Und da werden Steuern gefordert, die es in der Geschichte Deutschlands noch nie gab. Quizfrage, wie wahrscheinlich ist das, dass man das durchsetzt? Das heißt, die Linkspartei mit diesem völlig, also aus meiner Sicht abwegigen Steuerkonzept hat sozusagen Tür und Tor geöffnet für die Rote-Socken-Kampagne, die jetzt auch kommt. Und wenn man das Steuerprogramm der Linkspartei liest, dann ist es für SPD und Grüne tatsächlich extrem gefährlich, sich damit in irgendeiner Weise zu identifizieren. Das ist, und so, und jetzt, und ich kann mir das mit diesem Steuerkonzept nur so erklären, dass die Linkspartei, als sie das geschrieben hat, nicht im Ernst dachte, dass sie jemals an die Regierung kommt. Das ist wirklich sozusagen das Programm einer Oppositionspartei, die auch in den nächsten acht Jahren in der Opposition sein will. Und es wäre, weil es nicht umsetzbar ist, weil es dafür kein historisches Vorbild gibt in Deutschland und so weiter und so fort. Und weil es extreme Umverteilung ist, was in Deutschland total unbeliebt ist. So, und was die Linkspartei hätte machen sollen, aus meiner Sicht, ist, genau das zu fordern, was man unter Kohl hatte. Also, das wäre auch viel mehr gewesen, als die Grünen haben, also eben Spitzensteuersatz 53 Prozent und die Vermögenssteuer und so weiter und so fort. Und wenn dann die, und wie gesagt, das wäre viel mehr gewesen, als SPD und Grüne fordern, das heißt, man hätte ein Alleinstellungsmerkmal gehabt. Und wenn dann die rote Sockenkampagne gekommen wäre, dann hätte man immer sagen können, wieso, das war doch unter Kohl auch so. Und das habe ich mal mit Janine Wissler debattiert, also der Chefin, also der Kandidatin der Linken. Und sie hat gesagt, dass das stimmt. Sie hat mir absolut recht gegeben. Das heißt, das war wirklich ein strategischer Totalflop, dieses Steuerkonzept. Und man hätte sich nichts vergeben, wenn man etwas weniger gefordert hätte. Da hätte man viel mehr erreicht. Aber gut, das ist jetzt meine Kommentar als Journalistin. Das hat ja jetzt mit meinem Vortrag nichts mehr zu tun. Aber das hat mir richtig wehgetan, das zu lesen. Aber jetzt, da sehe ich schon Widerspruch. Ja, vielen Dank, Ulrike Herrmann. Und sie ist nicht einfach nur jemand, der eine Meinung vertritt, sondern der auch analytisch nachlegt. Sie haben jetzt dann die Gelegenheit, noch am Büchertisch zuzugreifen. Frau Herrmann ist auch sicher noch einen Moment da für ein kleines Autogramm oder noch eine persönliche Wahlprognose, wie auch immer. Das wollen Sie bestimmt nicht wissen. Ganz bestimmt nicht. Sie bekommen von uns auch keine Wahlempfehlung höchstens. Die gehen, Sie wählen, nutzen Sie Ihre Stimme, egal ob Sie sich jetzt zur Mittel-Oberschicht oder die gibt es, wie gesagt, auch die Armenklasse unter Unterschicht zählen. Und noch ein ganz kurzer programmatischer Hinweis. Mit diesem Programm endet auch unsere Reihe in Kooperationen, also nicht die Zukunft in Kooperationen, aber diese Reihe Werde Mensch, wo wir uns mit den Themen, die heute aufgeploppt sind, eben auch beschäftigt haben. Wohnen, nachhaltiger Konsum, Arbeit, Aufstieg, Armut. Die Videos und Beiträge finden Sie alle noch auf unserem YouTube-Channel. Sehen Sie da mal rein. Wir haben ganz tolle Beiträge auch zum Thema Wohnen. Wie geht das? Ist gerechtes Wohnen auch noch hier in unserer Mittelstandsgesellschaft möglich? Schauen Sie da vorbei, solange es die Videos noch gibt. Teilweise müssen wir da vielleicht mal wieder ein paar rausnehmen wegen Verlagssachen oder so. Aber noch sind Sie da im Netz. Schauen Sie noch die Reihe nach. Schauen Sie vielleicht auch heute noch mal nach, wenn Sie denken, oh, ich muss da noch was mitnehmen. Oder wenn Sie dann eben den entsprechenden Kolleginnen und Kollegen noch was mit auf den Weg geben wollen. In diesem Sinne, wir machen auf jeden Fall auch weiter mit diesen Themen. Wir bleiben dran, denn es gibt Klassismus, wenn auch nicht vielleicht in marxischer oder klassischer Definition. Aber es gibt diese Folgen, es gibt diese Effekte. Es gibt eine Schieflage in Sachen Sozialpolitik und ich danke noch mal ganz herzlich Ulrike Herrmann, dass sie uns das heute noch mal ganz vorsichtig gesagt, sozialtherapeutisch in Klammern näher gebracht hat. Vielen herzlichen Dank. Ihnen noch einen schönen Abend und wir sehen uns wieder. Vielen Dank. Vielen Dank.